Herzlich willkommen bei uns im Amerika-Haus. Mein Name ist Markus Faltermeier. Ich arbeite hier im Amerika-Haus zu den Themen Handels- und Sicherheitspolitik und Innovation. Und in diesem Kontext darf ich Ihnen diese Veranstaltung heute Abend auch präsentieren. Ich bin sehr dankbar, dass die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung mit dieser Veranstaltung auf uns zugekommen ist und dass wir diese Veranstaltung unterstützen dürfen und sie hier im Haus präsentieren dürfen. Vielen Dank, Frau Weishaupt, für die tolle Zusammenarbeit. Es freut mich, dass es wieder so gut klappt. Es freut mich, auch Sie hier zu der ersten Abendveranstaltung, offenen Abendveranstaltung hier im Amerika-Haus zu begrüßen, also im physischen Amerika-Haus, nicht virtuell. Es freut mich, dass Sie hierher gekommen sind. Es gibt noch gewisse sozusagen, ich weiß nicht, ob man Berührungsängste sagen kann, oder zumindest ist es etwas Neues für uns auch in diesem renovierten Haus mit Publikum. Insofern freut es mich sehr, dass Sie hier sind und dass wir das jetzt hier mit Ihnen erleben dürfen. Unser Thema heute Abend ist die USA und China im Wettlauf um die technologische Vorherrschaft. Wo bleibt Europa? Das ist natürlich ein Thema, dieses Verhältnis Europa-China-Ursa, das uns auf allen möglichen Ebenen interessiert, sei es sicherheitspolitisch, sei es handelspolitisch oder eben auf der technologischen Ebene. Und es schwingt eigentlich auch immer so ein bisschen die Furcht mit, dass Europa hinterherhinkt, zu kurz kommt oder vielleicht einfach nicht mitteilten kann mit den großen Playern aus unterschiedlichsten Gründen, sei es wegen Rahmenbedingungen, die vielleicht Innovation erschweren, sei es aufgrund bestimmter vielleicht weniger innovativen Ansätze oder auch, weil man strategisch schlechter aufgestellt ist aufgrund der doch langsamen EU-Bürokratie. Verschiedene Fragen, die da aufkommen und die wir unter Umständen heute auch diskutieren können. Es freut mich, dass Sie da sind. Bevor ich jetzt weiter lange Reden schwinge, darf ich gleich das Wort an Herrn Grübel, den Direktor von der Landeszentrale für politische Bildung, übergeben. Es freut mich, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Der Abend wird übrigens auch live gestreamt. Sollten Sie Fragen an unser Podium stellen wollen, dann können Sie das über folgende App. Sie finden da drüben die Log-in-Daten. Wir haben uns entschieden, es über eine App zu machen, weil ein Mikro in dem Saal rumzureichen, wäre in Corona-Zeiten einfach nicht hygienisch akzeptabel. Daher bitte ich Sie um Verständnis, dass Sie jetzt Ihre Fragen elektronisch stellen. Aber ich denke, das ist in der heutigen Zeit kein Problem. Nochmal herzlich willkommen, Herr Grübel, Sie haben das Wort. Herr Dr. Faltermeier, vielen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank auch, dass wir jetzt in so kurzer Zeit zum zweiten Mal im Amerika-Haus zu Gast sein dürfen mit einer sehr interessanten Veranstaltung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf auch Sie ganz herzlich begrüßen, Sie hier im Saal und Sie zu Hause an den Computern. Wir freuen uns, dass zum ersten Mal auch für die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit wieder eine Veranstaltung zumindest mit einigen Besucherinnen und Besuchern in Präsenz stattfinden kann. Möge es so bleiben. Ja, der Herr Dr. Faltermeier hat es schon angekündigt. China und die USA, China und Europa, ein spannendes, vielschichtiges, wichtiges, aber auch ein schwieriges Thema. Wie steht der Westen zu China? Wie muss sich der Westen zu China positionieren? Wie ist China, das politische, soziale, wirtschaftliche System einzuordnen? Ist China lediglich ein wichtiger Handelspartner für den Westen? Ein großer Absatzmarkt für unsere Produkte? Muss China als ökonomischer Konkurrent, als politischer, gar militärischer Gegner betrachtet werden? China versucht seit einiger Zeit, die viel zitierte Quadratur des Kreises zu verwirklichen. Marktwirtschaftliche, freiheitliche Elemente in der Wirtschaft, gleichzeitig eine totalitäre Diktatur durch die Kommunistische Partei Chinas im politischen Bereich. Ich darf hier nur beispielhaft nennen systematische Menschenrechtsverletzungen, Umgang mit Minderheiten, zum Beispiel den Uiguren, keine Pressefreiheit, offene Vertragsverletzungen in Hongkong, das ungeklärte Taiwan-Problem. China agiert weltweit. Der Schlagwort ist hier die neue Seidenstraße und versucht sich nicht nur in Europa, ich nenne hier den Hafen von Piraeus, sondern auch in Afrika zu positionieren. Dort sogar ganze Regierungen, Staaten langfristig von sich abhängig zu machen. Technikspionage gefährdet westliches Know-how. Und gerade vor einer Woche, als hätten wir es geahnt, als wir dieses Thema platziert haben, gerade vor einer Woche hat die NATO China als Opponenten definiert und ich glaube nicht ohne Grund. Viele Fragen, auf die die heutige Veranstaltung hoffentlich interessante Antworten und Anregungen gibt. Ich freue mich, Ihnen unseren Referenten vorstellen zu dürfen. Leider hat Frau Professor Schiekupfer, die wir ursprünglich für den Einführungsvortrag eingeladen hatten, nun doch nicht persönlich anwesend sein können und eine virtuelle Zuschaltung von zwei Referentinnen wäre in der Tat schwierig gewesen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit Herrn Professor Taube einen so hochkarätigen Ersatz gefunden haben. Herr Professor Taube hat sich dankenswerterweise erklärt, sehr kurzfristig den Vortrag zu übernehmen. Ich möchte Ihnen unseren Vortrag noch ganz kurz vorstellen. Herr Professor Taube ist Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft und China an der Mercator School of Business. Er ist Direktor des Instituts für Ostasienwissenschaften. Er ist Gastprofessor an verschiedenen Universitäten in Italien und vor allem in China. Er übt Beratertätigkeiten für die Bundesregierung aus. Seine wissenschaftliche Laufbahn hat er begonnen an der Universität Trier und der Universität Wuhan in der Volksrepublik China, wo er Sinologie und Wirtschaft studiert hat. Er hat promoviert an der Ruhr-Universität in Bochum. Bevor er seinen Weg an die Universität Duisburg-Essen führte, war er noch Mitglied am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung hier in München. Ich darf Herrn Professor Taube ganz herzlich begrüßen und mich bei ihm bedanken und wünsche Ihnen und Ihnen zu Hause viel Vergnügen. Wir werden sehen, viel Unterhaltung und viel Information durch den heutigen Abend. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen sein zu können. Ich habe gerade eben gedacht, also irgendwie gefühlt ist das mindestens ein Dreivierteljahr, dass ich mal wieder live mich mit Ihnen austauschen kann, mit dem Publikum austauschen kann, und dass wir von diesen Zoom-Geschichten wegkommen. Ja, wie gesagt, es freut mich sehr, heute da sein zu können. Moment, ich versuche mal, meinen Timer in Gang zu setzen. Vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung. Ja, es ist mit Sicherheit ein sehr spannendes und sehr wichtiges Thema, über das wir heute Abend sprechen. Sie haben Ihre Veranstaltung ja genannt, die USA und China im Wettlauf um die technologische Vorherrschaft. Wo bleibt Europa? Das sagt eigentlich schon sehr, sehr viel. Ich hatte allerdings einfach das Gefühl, Einführungsvortrag, das klingt so langweilig, deshalb habe ich noch einen Titel mehr oben drauf gesetzt. Der große Pitch um die Zukunft. Damit ist eigentlich gemeint, Pitch ist im Endeffekt so ein Wettbewerb um einen Sales-Pitch. Sie haben mehrere Konkurrenten, einer von denen bekommt nur den Zuschlag. Und worum geht es? Es geht für mich um Gestaltungsmacht. Das heißt, wir reden über globale Gestaltungsmacht, wenn wir über technologischen Wettbewerb sprechen. Wir sprechen über globale Hegemonie, wir sprechen über Einflussnahme in globale Strukturen. Und darum geht es. Darum geht es definitiv. Verzeihen Sie mir auch im Amerika-Haus einen so hübschen Cartoon, aber Sie haben ja wunderbare Cartoons da draußen, da passt der Cartoon eigentlich ganz gut. Den finde ich ganz schön, weil er doch eigentlich ganz gut zeigt. Wir haben hier die zwei größten Player weltweit, die sich hier um diese globale Vorherrschaft, diese globale Dominanz auseinandersetzen. Es geht, wie gesagt, um globale Technologiestandards, technologische Entwicklungslinien. Das heißt, wir reden nicht nur darüber, dass wir hier in München große Automobilkonzerne haben, dass wir hier mehr oder weniger verkaufen. Es geht nicht darum, wer das neuere Modell auf den Markt bringt. Es geht im Endeffekt darum, dass wir technologische Entwicklungslinien aufsetzen, die dann langfristig Vorherrschaft in bestimmten Märkten garantieren und dann Folgeaufträge, Folgegeschäft etc. Das heißt, die zum Beispiel eben deutsche Vorherrschaft in bestimmten Technologiegebieten ist im Endeffekt das Ergebnis von technologischer Innovation, von dem Besitz von Patentfamilien, die über Jahre und Jahrzehnte hinweg wirken. Das heißt, die technologische Führungsstellung, die Deutschland momentan hat, basiert auf Patenten, die entwickelt worden sind vor Jahren und Jahrzehnten. Und wir befinden uns momentan definitiv in einer Schlüsselphase, wir befinden uns in einer Phase, wo neue Technologien plötzlich disruptiv auftauchen und umgesetzt werden. Wir befinden uns jetzt gerade erst im Rollout der gesamten digitalen Technologien, wir befinden uns am Anfang des Rollouts von künstlicher Intelligenz und die Frage ist, inwiefern wir hier dann eben immer noch die Patentfamilien beherrschen oder inwiefern eben andere Player das tun. Und es geht momentan offensichtlich primär um die USA und China, die hier führen, vorbei sind. Globale Ordnungsstrukturen, das ist eben bereits angesprochen worden, die neue Seidenstraße, die chinesische Regierung aufgesetzt hat, die allerdings aber auch ein Gegenstück seines Europas erfahren hat über die Konnektivitätsstrategie, dem fehlt einfach ein bisschen Substanz. Wir haben durchaus Ideen, um uns hier gegenzustellen, komplementäre, alternative Strukturen aufzubauen und hier mitzuwirken. Aber ich denke, das können wir nachher in der Diskussion noch ein bisschen weiter vertiefen, was hier passiert. Also wie gesagt, es geht im Endeffekt um Einfluss, Kontrolle über die technologischen Entwicklungslinien, über globale Ordnungsstrukturen, Sicherung einer führenden Rolle von den eigenen Unternehmen im globalen Zirkus und das wird heute entschieden. Die Frage stellt sich natürlich, weshalb heute? China ist seit 40 Jahren eine der dynamisch wachsendsten Regionen der Welt und wieso haben wir jetzt diesen Cut? Wieso läuft das, was wir über 30, 40 Jahre doch im Endeffekt als eine relativ harmonische Win-Win-Win-Partnerschaft gesehen haben, plötzlich dermaßen aus dem Ruder? Und haben wir jetzt diese Konflikte? Ich denke, wir sind jetzt einfach erneut an einer Treasure-Root-Linie angekommen und zwar hat China über drei, vier Jahrzehnte hinweg einen Prozess rasanten, nachholenden Wachstums durchgemacht. Das heißt, China hat über drei, vier Jahrzehnte hinweg Technologien, Institutionen, Geschäftsmodelle aus dem Westen übernommen und diese auf den chinesischen Markt übertragen, dort verbessert, dort weiterentwickelt und ist dann im Endeffekt in den letzten zehn Jahren mit diesen Modellen auch auf den Weltmarkt gegangen. Und was wir jetzt einfach sehen, ist, dass China nicht mehr viel übrig bleibt, was es lernen kann. Das heißt, China hat innerhalb von 40 Jahren, wenn Zeitraffer, über 100 Jahre technologische Entwicklung in der westlichen Welt durchgemacht und uns faktisch eingeholt. Und die Frage ist jetzt, ob uns China überholen kann. Und dieses Überholen, das ist jetzt genau der Punkt, über den wir sprechen. Da geht es um die Frage nach globaler Dominanz, da geht es um die Frage nach den technologischen Standards, da geht es aber auch um Wertesysteme. Das ist das, weshalb die neue Seitenstraße momentan so absolut kritisch diskutiert wird. Noch viel, viel stärker mit einem kritischen Bias in den USA als bei uns in Europa, weil man hier ganz einfach ein Instrument sieht, mit dem China seine eigenen Wertevorstellungen auch nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern eben gerade auch im gesellschaftlichen und politischen Bereich transportiert. Und da stehen wir, wir haben plötzlich, wir sind aufgewacht und erleben plötzlich eine Welt, die ganz anders ist als die, die wir vor 30 Jahren gesehen haben, als der Kalte Krieg zu Ende ging, der eiserne Vorhang sich lüftete. Da hatten wir im Endeffekt eine wunderbare Welt. Der Fukuyama hat vom Ende der Geschichte gesprochen. Was für ein Fehler, was für ein Fehler. Damals war das für uns alles ganz cozy. Wir hatten die USA als definitiv führende Macht der westlichen Welt, wir hatten ein Europa, von dem wir alle glaubten, dass es sich gut zusammenrauft und immer stärker wird von Jahr zu Jahr. Wir hatten ein Russland, was überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig war. Russland hat bis zum heutigen Tag, hat zwar Wasserstoffbomben, aber ein BEP, eine Wirtschaftsleistung ungefähr im gleichen Maßstab wie Spanien. Das ist nicht ernst zu nehmen. Lassen Sie sich da nicht verschrecken, auch von den Atomen und Wasserstoffbomben nicht. Und wir hatten ein China, was extrem schwach war, was viel Potenzial bot, aber wir hatten unser Doktrin, unsere Idee, Wandel durch Handel. Wir betreiben Handel, intensive Wirtschaftskooperation mit China und das ist eine tolle Sache. Wir gewinnen, die Chinesen gewinnen und nach dem Credo von Wandel durch Handel, umso mehr wir mit China Handel treiben, umso mehr wird China so werden wie wir. China wird einfach das, was wir ihm vormachen, übernehmen, weil es erkennen muss, dass unsere Institutionen, dass unsere Unternehmen, unsere Art und Weise, Gesellschaft und Wirtschaft zu organisieren, einfach leistungsfähiger sind. Nun, das hat auch eine ganze Zeit lang so geklappt, nur müssen wir einfach sehen, seit fünf, sechs, sieben Jahren ist das definitiv nicht mehr der Fall. China hat mittlerweile ein sehr leistungsfähiges, starkes, eigenes System aufgebaut und unsere Ordnungstheoretiker sind ja durchaus am sich wundern, was denn da passiert ist, wie kann dieses System so leistungsfähig sein, so innovativ sein, obwohl es eben nicht diese Pluralität aufrechterhält, wie wir sie in unseren philosophisch-gesellschaftspolitischen Modellen uns vorstellen. Und das ist die Herausforderung. Das ist die neue Herausforderung und es ist im Endeffekt eine ganz andere Qualität als das, was in den 1990er Jahren zusammengebrochen ist. Wir haben momentan eine Qualität, wo wir drei große ökonomische Zentren haben. Europa, USA, China. Und es sind gleichzeitig die stärksten und leistungsfähigsten Volkswirtschaften der Erde. Die sind momentan im Crashkurs aufeinander sich zubewegend und die Frage ist, wie wir das überwinden können. Aber schauen wir erstmal einfach, wo wir überhaupt stehen. Ich möchte momentan einfach auf Innovation fokussieren, weil für mich Innovation ist das, was die Zukunft entscheiden wird. Die Innovationsstrukturen, die wir haben, ist das, was entscheidet, wo wir in den nächsten Jahren stehen werden. Das sind die Global Innovation Index Rankings, die aktuellen, die wir hier haben. Und Sie sehen, die USA sind ziemlich weit vorne. Dann haben wir Deutschland auf Rang 9, China aber schon auf Rang 14. Also im globalen Innovationsranking, und das ist ein sehr breites, ein sehr holistisches Ranking, was hier aufgebaut wird. Da schaut man sich ganz, ganz viele Parameter an. Und das ist also keine Schmalspurgeschichte, sondern da schaut man sich wirklich die gesamte Volkswirtschaft an, das gesamte Innovationssystem. Und auch da kommt China sehr, sehr weit vorne weg. Und wir sehen ganz einfach, China ist seiner eigenen Entwicklung sehr, sehr weit voraus. Sie sehen, seht ihr es so? Nein, sieht man nicht. Ich bräuchte immer so ein Laserschwert, ich kann das nicht so richtig sehen. Da haben wir China, ja? So, der Mittelwert wäre eigentlich, dass China auf der Basis seiner Wirtschaftsleistung pro Kopf, müsste China eigentlich da unten sein. Da würden wir China suchen. Stattdessen ist es viel, viel höher auf einem Niveau, was im Rest der Welt nur erreicht wird von Volkswirtschaften, die eine sehr, sehr viel höhere Wirtschaftsleistung haben. Die insgesamt sehr viel weiter fortgeschritten sind. Das heißt, wir haben hier eine Volkswirtschaft, die offensichtlich vor ihrer Zeit sich auf den Innovationszug gesetzt hat und hier sehr, sehr erfolgreich aktiv ist. Das sehen wir auch hier. Sie sehen, ups, ich muss mal da, da haben wir China, ja? Was Sie hier abgetragen sehen, ist der Input im Innovationssystem, hier der Output, da sehen Sie, hier, das sind alle diese europäischen Staaten, die haben den gleichen Output, aber bei mehr Input. Das heißt, China ist nicht nur sehr, sehr stark, sondern sie machen es offensichtlich auch sehr, sehr effektiv. Also irgendwas muss in China schon stimmen. Das ist inzwischen eine vergleichsweise stark innovationsorientierte Volkswirtschaft geworden, die nicht nur schöne Geschichten erzählt, sondern auch abliefert. Woran kann das liegen? Ein Indiz ist zum Beispiel, dass man sich anschaut, wie sieht es mit Clustern aus? Wir haben heute nicht so viel Zeit, wir könnten darüber jetzt in den nächsten drei Stunden reden, aber nehmen wir einfach mal ein Ding raus. Cluster, das ist also Industrie-Aklamorationen oder Zentren, wo sich Industrie, Universitäten, Forschungseinrichtungen treffen, von einer wohlwollenden Regierung akkommodiert. Das sind die Brutstätten von neuer Technologie, das sind die Brutstätten von Innovationen. Und was wir sehen, ist, das sind die Top 25, da ist China nicht schlecht vertreten. Da ist China nicht schlecht vertreten. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, ganz oben auf Rang 2 haben Sie Shenzhen, Hongkong, Guangzhou, also der südchinesischen Cluster, da drunter, dann ist direkt Beijing, dann Shanghai, Nanjing, Hangzhou. Hangzhou, das ist Alibaba, das ist Jack Ma und dieser Yangtze Cluster dort. So, wo haben wir die USA? Wow, das ist eine Hausnummer. Neun der Top 20 Innovationscluster, Forschungscluster weltweit sind in den USA. Und das ist im Endeffekt die Basis des US-amerikanischen Erfolgs gewesen in den letzten Jahrzehnten und es ist aufgestellt, eine weitere, sehr, sehr starke Rolle einzunehmen in den nächsten Jahren. Wichtig ist aber, das einfach nochmal im Vergleich zu sehen, wie stark China hier inzwischen aufgeholt hat. Das gleiche Chart hätte ich Ihnen vor zehn Jahren gezeigt und das wäre für China komplett lenkt gewesen. Ja, also hier eine sehr, sehr starke Entwicklung, die ernst zu nehmen ist, wo wirklich ernst zu nehmende Forschung gemacht wird mit sehr, sehr viel Geld, mit sehr, sehr viel Kompetenz. Hier haben Sie USA, hier haben Sie Europa. Nicht ganz so toll, immerhin haben wir München dabei, auf Rang 23, worauf man sich stolz sein kann. München ist definitiv eines der Forschungsstärksten Cluster, die wir hier haben. Sehr gute Sache. So, und dann, wenn ich jetzt alle Farben aufnehme, dann sehen Sie, außer China, USA, Europa ist da kaum noch was. Das sind die drei Regionen, in denen die Welt von morgen kreiert wird. Ja, was Sie noch finden, ist ein kleines bisschen Japan und Israel und that's it. Ja, also, wir haben auch hier wieder für die Entwicklungsökonomen unter Ihnen, die dritte Welt ist nicht da. Das ist eine ganz, ganz kleine Welt, die hier im Endeffekt die Zukunft unter sich ausmacht. Ja. Nächstes Chart und damit möchte ich Ihnen dann endgültig sagen, die USA sind führend. Und das ist einfach mal ein Überblick über Unternehmen, die die zentralen Zukunftsindustrien, über die wir momentan sprechen, besetzen. Und das ist AI, also künstliche Intelligenz, Internet of Things, Big Data, Blockchain, 5G, 3D-Drucker, Roboter, Automatisierung, Drohnen, Gene Editing, also die gesamte Biogenetik, Nanotechnologie und Solartechnologie. Und schauen Sie, okay, dieses helle Blau, das sind alles US-amerikanische Unternehmen. Alles US-amerikanische Unternehmen. Ich habe mich extra vorgesetzt und habe geschaut, wo finde ich die deutschen Unternehmen oder die europäischen Unternehmen. Ich finde dann SAP. Sehr gut. Wir finden dann eine ABB aus Schweden. KUKA ist nicht mehr deutsch, das ist inzwischen ein chinesisches Unternehmen. Und irgendwo war noch SBASF, genau. So, that's it. Die Orangenen sind China und der Rest ist dann primär Japan. Also, wenn wir ein bisschen den Blick verengen und schauen, wo sind die führenden Unternehmen tätig, die hier tatsächlich die Patente anmelden, die die Industriestandards festlegen, dann sehen wir ganz, ganz eindeutig, der Großteil der Zukunftstechnologien, der Zukunftsindustrien wird eindeutig US-amerikanisch dominiert. Die chinesischen Unternehmen haben in einzelnen Teilbereichen ihren Block hinterlassen, haben sich dort sehr, sehr stark positioniert, eben insbesondere Blockchain, 5G, Solartechnologie, das ist es primär. Und Europa ist wirklich unterrepräsentiert. Und das ist eigentlich das Schockierende an diesem Chart, als ich mir das angeschaut habe. Wir haben hier eigentlich zu wenig wirklich starke individuelle Unternehmen in den Zukunftsindustrien. Europa ist sehr, sehr stark eindeutig in den klassischen Industriebereichen, im Manufacturing, im Automobilbereich, aber wenn Sie sich die klassischen Zukunftsindustrien anschauen, dort ist Europa leider unterrepräsentiert. Und das ist etwas, was natürlich langfristige Folgen hat. Springen wir von dem einfach jetzt mal auf die drei Volkswirtschaften rüber und schauen uns an, was da passiert. Das ist direkt aus dem chinesischen Fünfjahresplan. dem aktuellen 14. Fünfjahresplan gilt ab diesem Jahr. Was finden wir da drin? Wir finden dort erstmalig in dieser Direktheit, in der Deutlichkeit eine Betonung von Innovation. Erstmalig wird Innovation zum absoluten Leitkonzept der chinesischen Wirtschaftspolitik für die nächsten fünf Jahre deklariert. Innovation ist das, wo die Gelder reingehen sollen, das soll die treibende Kraft sein der Volkswirtschaft. Dahinter, daneben finden Sie das Prinzip der Dual Circulation, doppelten Kreislaufwirtschaft, was ein sehr, sehr amorphes Konzept ist, wir können uns gerne darüber unterhalten, aber faktisch geht es darum, um Importsubstitutionen. Faktisch ist das Importsubstitutionen, China will sich selbst zurückziehen, auf sich selbst konzentrieren, und zwar in erheblichem Maße aufgrund externen Drucks. Das ist im Endeffekt ein Ergebnis der Trumpschen Sanktions- und Boykottpolitik, in der China erfahren musste, wie abhängig es ist von US-amerikanischer Technologie, insbesondere natürlich im Bereich Chips etc. Das ist der Bereich, in dem Chinas Wirtschaftswunder, in der Chinas weitere wirtschaftliche technologische Entwicklung massiv von den USA kontrolliert und beeinflusst werden kann. Ein Unternehmen wie Huawei ist ohne US-amerikanische Chips nicht zukunftsfähig, momentan noch. Und das ist natürlich genau der Punkt, weshalb sie diese Form von Importsubstitutionen momentan in China finden, in diesem Fünfjahresplan, weshalb die Innovation so groß geschrieben wird. Es ist die Flucht nach vorne, man will raus aus der Abhängigkeit von den USA, eigene Strukturen aufbauen, mit denen man im Endeffekt dann ohne in irgendeiner Art und Weise von den USA kontrolliert, gegängelt oder was weiß was immer zu werden, das eigene Entwicklungsprogramm nach vorne tragen kann. Sie finden eigene Abschnitte zur Innovation, ich möchte Ihnen einfach nur kurz aufzeigen, was da explizit drinsteht. Künstliche Intelligenz wird explizit genannt, sehr sehr deutlich, Quantum Information, also die gesamte Quantentechnologie, die ich tatsächlich für ganz, ganz zentral halte für die nächsten Jahrzehnte, Integrated Circuits, das ist im Endeffekt nichts anderes als die Halbleiter, das sind die Chips, es geht um die gesamten Lebens- und Gesundheitswissenschaften, Brain Science, das ist etwas, was mich persönlich überrascht hat, als ich das gesehen habe, das hatte sich so nicht abgezeichnet, also Gehirnwissenschaften, Bioengineered Breeding, also das gesamte Bioengineering, Biotech, Aerospace, wir sehen die Chinesen gerade auf dem Mars, Deep Earth, Deep Earth und Deep Sea, wenn Sie Aerospace, Deep Earth, Deep Sea sehen, dann haben Sie einen gemeinsamen Nenner, seltene Erden, also wenn Sie langfristig planen, dann sind das die größten Reservoirs, die wir haben für seltene Erden und die sind definitiv die zentralen Elemente, das ist die Materie, die wir brauchen, diese gesamten Handys und alles was wir haben, unsere Computer, unsere Quantencomputer, wenn sie dann mal kommen, brauchen das und es wird eine der zentralen Ressourcen der nächsten Jahre und Jahrzehnte werden, also hier ganz ganz zielorientierte chinesische Initiativen und das Ganze ist seitens Chinas sehr langfristig geplant und orchestriert, das ist etwas, was wir schon seit langem kennen, das sind keine Schnellschüsse, das ist nicht ein Regierungswechsel nach dem anderen bringt ein komplett neues Programm, das wird über Jahrzehnte hinweg durchgeplant, das ist jetzt ein Teilelement der chinesischen Innovationsplanung, Infrastrukturinitiative im Bereich Innovation, da gehen 1,5 bis 2,5 Billionen Euro rein, wenn Sie das umrechnen, also 1,5 bis 2,5 Billionen Euro, die da reingehen, innerhalb von sechs Jahren und wenn man sich das genau anschaut, ist das sehr intelligent aufgesetzt, ein dreistufiges Programm, es geht zuerst um die grundsätzliche Forschungsinfrastruktur, dann geht es rüber in die digitale Ebene, die Informationsinfrastruktur und dann die dritte Ebene ist direkt die Applikation, die Umsetzung, die Umsetzung in Geschäftsmodelle, das ist also keine Lar Polar, keine Kunst für sich selber, sondern das ist alles im Endeffekt anwendungsorientiert, das fängt sehr sehr klar mit Grundlagenforschung an und geht dann aber zielgerichtet mit eindeutigem Fokus auf die Anwendung und das halte ich für sehr sehr spannend und etwas, was man durchaus beachten und von dem man lernen kann. Spannend ist, und das ist vielleicht etwas, was für Sie nicht allzu präsent ist, weil das in den Medien nicht unbedingt immer auftaucht, die chinesische Regierung und die zentralen chinesischen Player haben inzwischen erkannt, dieser gesamte Innovations-Drive, die Initiative, funktioniert nicht ohne privates Unternehmertum. Wir sehen hier also grundlegende Veränderungen, zum Beispiel im Bereich Wagniskapital, Venture Capital, Private Equity, was wir alles da haben. Bereiche, in denen die USA extrem stark sind, in denen China bis vor wenigen Jahren überhaupt kein Player war, in denen Europa auch nicht super stark aufgestellt ist. Hier sehen wir plötzlich riesige Initiativen, wo der Staat sich engagiert und hier etwas macht, was er vorher nie gemacht hat. Er poolt staatliche und private Ressourcen, Gelder, und verteilt sie an private und staatliche Unternehmen. Das heißt, im Endeffekt ist da tatsächlich so ein Wettbewerb aufgestellt worden, in dem Privatunternehmen genauso partizipieren können wie staatliche Unternehmen. Das hatten wir lange Zeit gar nicht so. Wenn Sie sich die National Teams anschauen für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in China, dann ist das natürlich unter der Plattform des Ministry of Science Technology, des Forschungsministeriums der VÖ China. Aber die 15 Unternehmen, die die Teilbereiche koordinieren, organisieren, die die Teilbereiche führen, in denen hier KI weiterentwickelt wird, das sind alles private Unternehmen. Alles private Unternehmen, die das übernommen haben, das leiten. Alibaba führt die Entwicklungsplattform zu KI für Smart Cities. Baidu ist verantwortlich für autonomes Fahren, Tencent im Gesundheitssektor, iFlightech, Spracherkennung, SenseTime, Bilderkennung, da haben wir noch zehn weiteren in weiteren spezifischen Bereichen. Also die Idee, dass China so monolithisch, zentral und durch strukturiert sei, ist falsch. Wir haben eine ganze Menge an Akteuren da, die hier aktiv sind und ich will jetzt nicht sagen, dass hier jetzt die Privatwirtschaft in China im Aufstreben ist, aber wir sehen hier durchaus eine Abkehr von dieser rein staatszentrierten Fokussierung. Da ist durchaus ein kleines bisschen an Vielfalt vorhanden und das ist im Zweifel auch absolut notwendig, sonst wird man die selbstgesteckten Ziele nicht erreichen können. Wenn wir uns die USA anschauen, nun, da haben wir gerade aktuell den Innovation Competition Act von diesem Jahr, der ist sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern abgesegnet worden, er wird im Laufe dieses Jahres zum Gesetz werden, endgültig durch sämtliche Gremien durchgehen und der ist explizit formuliert, es sind zweieinhalb tausend Seiten, ich habe es nicht komplett gelesen, aber wenn Sie sich die zentralen Stellen anschauen, er ist explizit formuliert als eine Antwort auf die perzipierte Herausforderung aus China. Der Innovation Competition Act ist eigentlich eine Antwort auf China, von der ersten bis zur letzten Seite, von den gesamten Programmen, die da drinsteht. Es geht um 250 Milliarden US-Dollar, die da reingeworfen werden, ganz viel geht rein im Bereich Chips, hier stärken die USA eine Stärke, die sie bereits haben, aus einer sehr starken Position heraus wird hier noch mal massiv Geld hineingeworfen, letztlich um den Abstand noch weiter zu setzen und einfach diese Schlüsseltechnologie, die ja im Endeffekt in viele andere reingeht, Quantentechnologie ist eben angesprochen worden, da brauchen Sie eben auch Chips, da geht es rum, hier unangefochten führen zu bleiben. Dann haben Sie ein Endless Frontier Act, wo dann alles drin ist, was sich der Innovationsforscher Freude gerne hätte, das ist wie so eine Weihnachtswunschliste, die da bedient wird, da geht es um die klassischen Technologien, KI, Quanten, Biotechnologie, Robotik, Raumfahrttechnologie, whatever, plus eben die Clusterbilder, also das Fördern und Ausbilden von Industrie, Technologie, Clustern, in denen diese ganz, ganz fruchtbare Gemengelage sich im Endeffekt entfalten kann und dann Science and Technology, also die Ausbildung Engineering, Mathematics, STEM für die Naturwissenschaftler, die Innovatoren von morgen. Naja, dann gibt es noch einige Teilbereiche, die haben eine sehr, sehr stark geostrategische Motivation, da geht es dann eben darum, China zu blockieren. Da geht es um geostrategische Positionierung, unter anderem eben auch im Bereich der neuen Seidenstraße. Europa, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sich ja nachmittags schon ausführlich mit digitalen Aspekten auseinandergesetzt. Digital Compass Strategy, wollte ich einfach nochmal herausgreifen, ist ein großes Programm, mit dem Europa in einem Bereich Initiativ wird, der, wo man definitiv hinterherhängt, wo wir definitiv was machen müssen. Da geht viel Geld rein, 135 Milliarden ungefähr, mindestens aus dem Recovery and Resilience Facility Fund, plus andere Finanzierungen. Die Frage ist, ob das reicht. Die Frage ist, ob das reicht, das ist jetzt ein Programm, was hier aufgesetzt wird, was eine Basisstruktur schafft, mit der Europa sich positioniert, aber wenn Sie dann genau hinschauen, das richtig große Geld geht momentan in den europäischen Green New Deal. Das heißt, wir geben hier richtig, richtig, richtig viel Geld rein, in eine Ausrichtung unserer Volkswirtschaft, unserer Gesellschaft, in ein neues ökologisches Gesellschaftsmodell. Das heißt, wir legen eindeutig den Fokus nicht auf einen direkten Wettbewerb mit China und USA auf der europäischen Ebene, sondern wir legen den Fokus darauf, zu sagen, wir sind der Vorreiter, wir schaffen die ökologische Wende, wir schaffen ein ökologisch nachhaltiges Gesellschaftsmodell. Und das ist eine Wahlentscheidung, die wir treffen. Und das ist mit Sicherheit auch eine gute Wahlentscheidung, aber hier werden natürlich auch in erheblichem Maße Ressourcen absorbiert, die in anderen Bereichen fehlen werden. Ich habe mit Freude verfolgt in den letzten Tagen, wie die europäischen und gerade deutschen Initiativen sich jetzt Bahn brechen im Bereich der Quantencomputer, der Quantentechnologie. Das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene. und wenn wir schaffen, hier einen Fuß in der Tür zu haben, dann ist das viel wert. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, deshalb möchte ich diesen Punkt hier einfach machen. Dieser Green New Deal wird in erheblichem Maße Ressourcen binden in Europa. Mit Sicherheit für ein sehr, sehr hehres und gutes Ziel. Aber wir müssen noch schauen, dass wir die Balance halten in anderen Innovationsbereichen. Und gerade im Bereich der digitalen Industrien haben wir viel, viel nachzuholen. Wer wird die Zukunft gestalten? Meines Erachtens ist die USA definitiv in der Poolposition. Sie sind definitiv am besten positioniert. Man darf allerdings auf keinen Fall unterschätzen, mit welcher Dynamik China momentan herangeht. Hier wird sehr, sehr fokussiert in einem sehr einheitlichen Ansatz zwischen Regierung und Unternehmen und Gesellschaft ein Ziel formuliert und angegangen. Eine nationale Bewegung in Richtung Stärkung, nicht nur Stärkung, es geht darum, China zu Innovationsmachten mal eins zu machen. Da steckt man momentan sehr, sehr viel Geld rein. Ich würde von daher die chinesische Initiative durchaus als Herausforderung für die USA ansehen. Die Idee, dass die USA jetzt einfach mit diesem neuen Act, mit diesem Innovation Competition Act das Rennen für sich vorzeitig entschieden hat, das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben sehr, sehr ernsthafte chinesische Konkurrenz und die Europäer haben sich im Endeffekt momentan so ein bisschen aus dem Rennen verabschiedet, aus meinem Verständnis heraus. Wir sind weiterhin ein Top Player, aber um die ersten zwei Positionen kämpfen wir momentan nicht. Worum es mir geht mit diesem letzten Chart ist eigentlich zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die wichtigste Quelle von Innovation, die wichtigste Quelle von Wohlstand und langfristiger Friedenssicherung im Endeffekt aufgeben. Und das ist im Endeffekt immer die transnationale Kooperation, der transnationale Dialog. Wir tauchen gerade aus einigen Jahren auf, in denen das transnationale Element komplett verloren gegangen ist. XX First ist keine Lösung, ist aber leider ein Konzept, was sich momentan weltweit Bahn bricht. Die Idee, wir könnten in einer entkoppelten Welt genauso weitermachen wie zuvor, ist komplett falsch. Eine Entkopplung, eine Entkopplung von Handelströmen, eine Entkopplung eines Austauschs von Menschen, von Bildung, von Experten, eine Entkopplung von Handelströmen und insbesondere eine Entkopplung von Innovationsstrukturen führt dazu, dass wir alle im Endeffekt länger auf diese Innovationen warten werden. Wir werden alle an Wohlstand verlieren und wir rutschen alle in eine weniger sichere Welt hinein. Das ist definitiv der Fall. Und gerade im Bereich der Innovation, gerade in dem, was wir momentan haben, mit diesen riesigen Datenpuls, die hier plötzlich verfügbar werden, diese Supercomputer, die hier entstehen, egal ob sie Quanten sind oder nicht, die basieren darauf, Daten zu verarbeiten. Wir sind erstmalig in der Lage, wirklich global unsere Informationen zu poolen, zusammenzuführen und daraus einfach Erkenntnisse zu gewinnen, die uns vorher vollkommen unmöglich waren, weil wir nicht mit diesen Daten arbeiten konnten. Das wird jetzt langsam möglich. Und in dieser Sekunde sind wir dabei, gerade diesen Austausch uns wegzuschneiden. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz großer Fehler ist und dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir den Dialog wieder aufnehmen, dass wir versuchen, die Konflikte zu lösen und im Endeffekt gemeinsam hier voranzuschreiten. Gut, soviel an dieser Stelle von mir als Impuls. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich habe ganz, ganz viel offen gelassen. Ich weiß es. Ich freue mich auf das, was wir jetzt gleich machen werden. Vielen Dank. Ich nehme Sie gleich mit. Frau Jan kommt auch hoch. Zunächst, lieber Herr Professor Tauber, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden und innovativen Vortrag. Ich hätte Ihnen noch länger zuhören können, aber Sie haben brav die Zeit eingehalten, die wir vorgegeben haben. Sehr geehrte Damen und Herren im Saal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, wenn Sie unser Programm aufmerksam gelesen haben, dann sehen Sie hier schon die zweite Änderung. Eigentlich sollte ich hier meinen Kollegen Alexander Müller setzen. Der ist leider krank, deswegen habe ich spontan die Vertretung übernommen und ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Es ist nicht mein Spezialthema, aber dafür kann ich authentisch wirklich interessierte Fragen stellen, weil ich wenig weiß. Und Sie sind ganz herzlich eingeladen, mich zu unterstützen bei dieser Fragenstellerei, nämlich über das Online-Tool Slido. Und zwar können Sie da, Sie müssen keine App installieren oder irgendwas, Sie können einfach über Ihren Browser slido.com eingeben und dann müssen Sie einen Code nennen, der heißt China21, alles klein, alles zusammen. Und dann können Sie erstens Ihre eigenen Fragen formulieren und Sie können aber auch zweitens die Fragen der anderen Nutzerinnen und Nutzer nach oben oder nach unten wählen, sodass ich dann hier auf meinem Tablet Ihre wichtigsten Fragen in die Runde einspeisen kann. Das Thema unserer Veranstaltung, die USA, China und Europa ist ja sehr, sehr, sehr weit, dieses Feld, deswegen werden wir versuchen, uns zu fokussieren auf zwei oder drei große Oberthemen. Und zwar einmal, und damit, das meine ich auch, dass Sie sich vielleicht auch für Ihren Fragen auf diese Oberthemen fokussieren, deswegen nenne ich sie Ihnen schon mal. Einmal würde ich gerne besprechen mit unseren Gästen die unterschiedlichen gesellschaftlichen Haltungen gegenüber Technologie und auch Unterschiede in der Technologiepolitik. Und zum Zweiten, auf jeden Fall, ein großes Thema ist ja Chinas globaler Einfluss und wie wir damit umgehen. Und falls wir es noch schaffen, würde ich gerne noch auf den Aspekt der Systemkonkurrenz eingehen. Also wenn Sie dazu Fragen haben zu diesen drei Themenkomplexen, sind Sie ganz herzlich eingeladen, die zu formulieren und für mich am leichtesten wäre es, wenn Sie auch gleich schon dazuschreiben, an wen Sie diese Fragen richten möchten, dann muss ich mir das nicht ausdenken. Jetzt darf ich Ihnen zunächst aber mal unsere beiden weiteren Gäste vorstellen, unsere weiteren Referentinnen. Einmal die Frau Yang, die sitzt schon neben mir. Frau Yang ist in China geboren und in beiden Ländern aufgewachsen. Sie ist Autorin und Journalistin. 2015 ist, glaube ich, ihr erstes Buch erschienen. Da hat sie die jüngere chinesische Geschichte anhand ihrer eigenen Familiengeschichte erzählt. Und seit 2018 ist sie Zeitkorrespondentin aus China. Ich glaube, sie leben auch im Moment immer wieder dort und hier. Und sie ist vielfach ausgezeichnet für ihre Reportagen, ganz vor ein paar Wochen erst zum Beispiel mit dem sehr renommierten Egon Erwin-Kisch-Preis für eine Reportage in der Zeit über chinesische Pflegekräfte in dem deutschen Seniorenheim. Und Frau Yang, ich darf Ihnen gleich die erste Frage zu unserem ersten Themenkomplex stellen. Dieses Leben in Deutschland und China, wir hier in Europa erfahren ja viel darüber, über die Überwachungstechnologien, aber auch über die Affinität der Chinesen vielleicht zu Technologien. Während in Europa eher so der Fokus immer darauf liegt, auf Privatsphäre, auf Datenschutz und so weiter. Sehen Sie da einen Unterschied in den beiden Ländern und wie äußert sich das in Ihrem Alltag? Ja, auf jeden Fall sehe ich da einen sehr, sehr großen Unterschied. Also in der Corona-Krise kam das sehr deutlich zu Tage. Ich war im Herbst in Beijing, also auch über Weihnachten, als hier die zweite Welle hochging und als China gerade wieder komplett aufgemacht hat, kann man sagen, also nicht komplett, weil die Grenzen sind nach wie vor zu, ist Deutschland gerade sehr unvorbereitet in die zweite Welle gegangen. Und das hatte natürlich auch vielfach damit zu tun, dass hier eben in Deutschland, ich glaube, bis heute in vielen Ämtern noch mit so einer Zettelwirtschaft gearbeitet wird. Und ich habe jetzt mit Freude gesehen, dass es diese Luca-App gibt, die dann doch vieles irgendwie ein bisschen einfacher macht und dann ist es auch verschlüsselt und so. Das finde ich ganz schön, dass es da Fortschritte gibt. Aber mich haben die Diskussionen in Deutschland schon teilweise ein bisschen befremdet, als ich dann das Gefühl hatte, okay, also Datenschutz ist an sich eine schöne Sache, aber man kann es auch übertreiben. Und ich hatte oft das Gefühl, dass Datenschutz auch als Vorwand genommen wird, um einfach nichts machen zu müssen. Und wenn dann Datenschutz ein bisschen, also so das Torschlag-Argument ist und man dann aber die Leute nicht, also deren Leben Gesundheit nicht mehr angemessen schützen kann, finde ich, steht das in keinem richtigen Verhältnis mehr. Umgekehrt, in China bin ich persönlich dann auch genervt, wenn ich überall in jedem Taxi, in jeder U-Bahn-Station immer meine Daten scannen muss. Und das hat schon sehr, sehr über Hand genommen. Und man wird sehen, wie viel von diesen Überwachungsmechanismen noch bleiben werden. Denn jetzt speziell während der Pandemie hatte ich persönlich nicht so meine Probleme damit, meine Daten jetzt im Taxi oder im Restaurant einzuscannen, weil ich den Sinn darin zumindest gesehen habe, dass es jetzt bei so einer voll überwachten, im voll überwachten öffentlichen Raum kann man sich schon die Frage stellen, wieso müssen da jetzt an manchen Straßenecken in Peking sieht man irgendwie so 15 Videokameras in allen Größen, Linsen, Linsenweite und so weiter. Also das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Woher diese unterschiedlichen Haltungen kommen? Ja, also es gibt einen sehr, sehr klugen Bloomberg-Kolumnisten, glaube ich, ein Deutscher sogar, Andreas Kluth heißt er, der schrieb ein doch ein sehr überzeugtes Plädoyer im vergangenen April darüber, warum Deutschland sich nicht unbedingt an China ein Vorbild nehmen sollte, aber doch zumindest vielleicht an Taiwan. Taiwan ist eine blühend Demokratie, da kann man, glaube ich, der Regierung nicht vorwerfen, dass sie da alles tut, um die Bürger zu überwachen, sondern da hat man digitale Mittel gefunden, aber auch mit Verschlüsselung und so, da hat man die Bürger auch eingebunden, ja, so digitale Corona-Konzepte zu entwerfen und so, das ist alles auch so bottom up, also so, jetzt bin ich vom Hundertsten ein bisschen ins Tausendste. Nein, nein, nein. Aber genau, genau, und da entwarf er so drei Typologien für den Umgang mit Daten, Amerika hat er unter libertären Tech-Utopianism da zusammengefasst, China unter konfuzianischen Autoritarismus und Deutschland unter posttraumatische Technophobia und die Trauma-Erfahrungen liegen jetzt auf der Hand, das ist einmal das Nazi-Regime und dann zum Zweiten das DDR-Regime, man weiß, also das ist sozusagen an der Stelle die berechtigten Sorgen ein bisschen in Paranoia umschlagen. Warum ist das in China ganz anders? Das hat in vieler Hinsicht wenig damit zu tun, dass die Chinesen halt einfach so servile, untertanen Menschen sind und sich alles von der Regierung gefallen lassen, so wie wir uns das hier manchmal vorstellen. Die Chinesen haben insgesamt einen sehr positiven, auch in meinen Augen oft viel zu unkritischen Umgang mit neuen Technologien. Zum Beispiel ist Klimawandel, die Klimadebatte wird in China nicht so geführt, als müsse man jetzt selbst auch ein bisschen Maß üben und weniger fliegen oder weniger Fleisch essen, sondern da denken die Chinesen so ein bisschen so wie Christian Linder, glaube ich, dass die Technologie und die Ingenieure, die werden alles für uns richten und ansonsten müssen wir gar nichts ändern an unserer Lebensweise. Woher kommt so, und dann gibt es in China blüht gerade die Science-Fiction-Literatur, und da gibt es auch Autoren, die jetzt im Westen sehr bekannt sind, zum Beispiel Liu Zichin, und die entwerfen dann so Sonnenspiegel, die dann die Welt retten können und solche Sachen. Und das ist halt eben sehr, sehr stark in der Popkultur zurzeit. Aber woher so dieser positive Blick auf Technologie in weiten Teilen der Gesellschaft herkommt, ist, viele Chinesen kennen Technologie nicht anders, als dass es ihr Leben verbessert hätte. Also ja, gerade wenn wir zum Beispiel Mobile Payment nehmen, was in Deutschland immer noch ein Thema ist, also ich kenne auch persönlich noch Leute, die sagen, ich zahle nur bar und so, weil ich möchte nicht mal mit der EC-Karte und Kreditkarte und Apple Pay schon gar nicht und so. Aber in China war das ja bis vor kurzem so, dass hunderte Millionen Bauern auf dem Land, die hatten nicht mal ein Bankkonto, die kennen nur diese zerfledderten Yuan-Scheine. Und das heißt, auf einmal haben sie Mobile Payment, auf einmal können sie sich bei Alibaba registrieren, dort alles kaufen, was es bisher halt in ihren Dörfern nicht gab und sich liefern lassen. Auf einmal können sie dort auch auf Alibaba alles verkaufen und können da irgendwie Zwischenhändler und so überspringen. Dann kann man auf Alibaba als normaler Unternehmer auf dem Land, als normaler Bauer, auch so Ein-Mann-Unternehmer, da kann man innerhalb von Minuten Mikro-Kredite beantragen und kriegt da wirklich innerhalb von Sekunden sein Geld. Und für normale Chinesen ist es eben sehr, sehr schwierig, zu staatlichen Banken zu gehen und Kredite zu beantragen. Sie kennen das nur als Verbesserung. Der Lebensalltag in China ist inzwischen wirklich extrem bequem. Natürlich werden da auch viele Leute ausgebeutet und man hat da ähnlich wie hier eben die Kuriere, die da auch gegen die Arbeitsbedingungen aufbegehren und so. Aber sagen wir mal, für den normalen Mittelschicht-Chinesen, der profitiert da enorm davon. Man kann sich, ich habe eine tolle Handwerker-App in Beijing, ich kann mir jeden Handwerker innerhalb von einer halben Stunde nach Hause bestellen. Und ja, ich weiß auch, wie das mit den Handwerkern hier ist, in München zurzeit. Und man kann sich jedes Medikament zu jeder Uhrzeit nach Hause liefern lassen. Man kann einen Masseur nach Hause bestellen per App. Ich kann alle meine Rechnungen in der App zahlen und so weiter. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig bequem und es funktioniert sehr, sehr gut. Und der dritte Punkt, da gehe ich ein bisschen auf das Thema Überwachung ein, weil ich darüber auch viel recherchiert habe, das Sozialkreditsystem wird hier in Deutschland oder in Europa oft als so das dystopische Überwachungstool schlechthin gesehen. Und ich stelle diesem Sozialkreditsystem auch sehr, sehr kritisch gegenüber. Natürlich ist das ein Tool zur Disziplinierung der Menschen und zur Kontrolle. Das steht ganz außer Frage. Aber warum wird es in China zum Beispiel trotzdem positiv gesehen? Einfach um die Frage zu beantworten, warum haben viele Chinesen gar nicht so viel gegen die staatliche Überwachung? Weil zum Beispiel beim Sozialkreditsystem sind dann viele auch die, das ist übrigens auch noch gar nicht in Kraft, also China, man darf auch das, was China immer propagiert, was es vorhat zu tun, und da können wir auch nochmal über diese Innovationspläne reden, sagen, dass China oft gar nicht richtig delivert, so wie wir es denken, weil die Regierung sprach 2015 davon, dass Ende 2020 jeder Chinese sein Sozialkreditkonto hat und das ist bis heute nicht der Fall. Also da gibt es wahnsinnig viele Probleme, Datenzusammenführung, Standards, welche übernehmen wir und so weiter. Aber warum Chinesen dem Konzept an sich nicht so negativ gegenüberstehen, ist, weil es neben diesem Disziplinierungs- und dem Kontrollaspekt auch einen Aspekt gibt, der die Leben der Menschen verbessert beziehungsweise auch eine größere Zuverlässigkeit schafft im Sinne von, China ist ja kein Rechtsstaat und viele Fälle, wenn man gegen irgendjemanden klagt, wenn man betrogen wird, irgendwie ein Unternehmen hat da, also da ist irgendwie etwas schlecht gelaufen, dann ist man immer der Willkür des Gerichts ausgesetzt, wenn man sozusagen ein Sozialkreditsystem hat, wo bestimmte Vergehenverstöße, Regelverstöße, auch wenn zum Beispiel ein Unternehmen Umweltstandards nicht einhält, dann ist es auf einmal quantifizierbar und das gibt dann so einen Eintrag in der Akte und bei so vielen Einträgen passiert dann dies, wird dann das sanktioniert. Das schafft in den Augenfehler Chinesen auf einmal eine Verlässlichkeit, das ermöglicht der Regierung sozusagen nachvollziehbar auch bestimmte Standards und Regeln besser durchzusetzen, wie es früher nicht möglich war. Genau, das nur noch so ein paar Aspekte dazu, warum Technologie und auch Überwachung in China vielleicht ein bisschen weniger, also schrecklich gesehen wird als hier. Ja, vielen Dank, es war total interessant. Wir haben ja eher immer dieses Bild von dieser Dystopie des gläsernen Bürgers, die uns so beängstigend vorkommt und dass Sie aber hier so eindringlich schildern, dass es wirklich den Alltag der Menschen verbessert, glaube ich, wissen wir oft gar nicht. Und nicht das falsch verstehen, der Überwachungsaspekt wird in China viel zu wenig diskutiert und auch wirklich viel zu, da haben die meisten Leute auch gar keine Sensibilität dafür. Vielen Dank erstmal bis dahin. Ich würde eigentlich gerne unsere zweite Referentin vorstellen, die Frau Dr. Bendig, die uns zugeschaltet ist aus Berlin. Ich sehe sie hier noch nicht. Ah, jetzt sehe ich sie. Hallo, guten Abend, Frau Dr. Bendig. Das Publikum im Saal sieht Sie oben an der Leinwand. Wir sehen Sie hier auf dem Boden. Nicht, dass Sie sich wundern, dass wir hier den Boden anstarren. Frau Dr. Bendig ist uns zugeschaltet aus Berlin. Sie ist stellvertretende Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe EU Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie befasst sich hier unter anderem mit den Schwerpunkten Cyberdiplomatie, Cyberabwehr und digitale Geopolitik. Sie ist eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet und sie hat auch viele Texte zu aktuellen Entwicklungen veröffentlicht. Ich darf Sie alle ganz herzlich einladen, sich mal auf der Homepage umzuschauen und Ihnen vielleicht nur einen Aufsatz empfehlen, der genau zu unserem Thema passt. Und zwar lautet er Die Europäische Union im Spannungsfeld der Sino-Amerikanischen Rivalität. Und er ist erschienen in dem Sammelband Strategische Rivalität zwischen USA und China. Das ist von 2020. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Bendig. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Sie konnten ja hoffentlich den Vortrag vom Herrn Prof. Taube verfolgen, oder? Er hat... Da ist ja ganz deutlich geworden, gerade auch am Schluss nochmal, dass Europa den USA und China stark hinterherhängt. Aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie denn die Situation ein? Haben wir den Anschluss schon verpasst? Sie haben gerade vorher zitiert, dass Deutschland, glaube ich, posttraumatische... Technophobie. Ich habe ehrlich gesagt zuerst mal an unserem Umgang mit der Pandemie gedacht und wie wir alle irgendwie völlig schockiert vor nicht vorhandenen Laptops saßen und versucht haben, Telekonferenzen einzuführen. Wie schätzen Sie denn aus Ihrer Sichtweise unsere, die europäische Strategie ein? Ja, guten Abend erst mal und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zumindest online bei der Diskussion mitwirken zu können. Ich als Sozialwissenschaftlerin habe natürlich mit großem Interesse auch den Vortrag von Herrn Taube gehört und verfolgt und fand auch jetzt gerade nochmal sehr interessant die Einlassung von Frau Yang in Bezug auf Chinas Rolle und Chinas Innovationskraft. Ich teile das. Ich bin keine China-Expertin. Ich war zweimal in China und habe dort das Vergnügen gehabt, an einer sozialwissenschaftlichen Konferenz teilzunehmen. Wir haben einen Kooperationspartner in Shanghai. Und was ich schon sagen muss, ist, wenn wir schon vergleichen, dann müssen wir natürlich auch auf den richtigen Ebenen vergleichen. Was wir sehen, ist eine wachsende strategische Rivalität zwischen USA und China, die ganz klassische Machtpolitik betreiben. Große Akteure sind mit einer großen Volkswirtschaft und dazu im Vergleich die Europäische Union. Natürlich auch mit dem größten Binnenmarkt weltweit, mit circa 500 Millionen Bürger und Bürgerinnen, die sich hier für diesen europäischen Lebensweg, der sehr inklusiv ist in der politischen Willensbildung, entschieden haben und in einer politischen Form einer Rechtsgemeinschaft. Und diese Rechtsgemeinschaft ist dabei, eine politische Gemeinschaft zu werden. Und ich denke, dass wir gut daran tun, auch anzuerkennen, dass die Europäische Union in dem Sinne nur einen dritten Weg gehen kann, insbesondere wenn wir die technologische Entwicklung betrachten und die Innovationskraft, die aus Europa kommt, weil wir hier eben 27 Mitgliedstaaten und weitere europäische Staaten, die in Europa eben sind, in diesen Wirtschaftsraum integrieren wollen und in diesen Wirtschaftsraum gemeinsame Standards und Regeln entwickeln. Und dahinter natürlich diese Idee, dass Technik, Technologie nicht neutral ist, sondern eben, dass mit Technologie und mit dem Einsatz von Technologie auch ein Wertesystem verbunden ist, das transferiert wird und womit Gesellschaft sich eben auch wandelt, in verschiedenen Dimensionen, im Bereich von Freiheitsrechten, im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Wohlfahrt oder im Bereich der Nachhaltigkeit. Und deshalb die Europäische Union wählt hier, wie ich sagte, diesen inklusiven Ansatz. Das heißt, wir haben verschiedene Stakeholder und ich nehme jetzt beispielsweise jüngst die KI-Regulierung. Das trifft aber auch für Datenschutz-Grundverordnung in der Vergangenheit zu. Das trifft auch für den Bereich Cybersicherheit zu. Zertifizierung ist hier das Stichwort oder aber auch bei der Entwicklung von Schlüsseltechnologien, dass wir verschiedene Stimmen hören und die mit ihren Meinungen und ihrer Positionen in diese gemeinsame Regulierung einbinden. Das ist ein unglaublich, wahnsinnig aufwendiger Prozess der Entscheidungsfindung, der sehr inklusiv ist, aber möglicherweise leider auch manchmal eben auf Kosten der Schnelligkeit geht und daher eben auch der Eindruck, dass Europa sehr schnell und oft immer hinterherhängt. Aber ich würde trotzdem auch im Vergleich diesen Weg als erfolgreich beschreiben und ich glaube, dass die Datenschutz-Grundverordnung hier ein ganz gutes Beispiel dafür ist, weil sie natürlich versucht, Privatheitsrechte, Eigentumsrechte über persönliche Daten bei dem Bürger und bei der Bürgerin zu lassen und versucht, das eben in eine europäische Gesetzgebung mit Prinzipien runterzubrechen, Datenminimierung, Anonymität, Verschlüsselung. Das sind so eben die Stichwörter, wo man versucht, wirklich ein europäisches Gesellschaftsmodell in Gesetze zu gießen. Und das ist, ich glaube, sehr honorisch, weil wir das eigentlich immer auch als Weg verstanden haben in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren fast, wo wir den Friedensweg und eine friedliche Integration auf dem europäischen Kontinent zwischen den Völkern Europas hinbekommen haben. Und ich denke, dass dieser Weg ein Versuch ist, über eine gemeinsame Rechtsgemeinschaft sich ins Benehmen zu setzen, Konflikte zu überwinden und dieses Modell von friedlicher Koexistenz und friedlicher Integration auch auf andere Teile der Welt möglicherweise über die Kraft des starken Binnenmarkts dann zu externalisieren. Wie wir beispielsweise sehen, Kalifornien orientiert sich jetzt an der Datenschutz-Grundverordnung, Japan tut es, die Afrikanische Union Brasilien, Normensetzungsprozesse im Bereich der Vereinten Nationen, nehmen Beispiel an diesen mühseligen Abstimmungsprozessen, die die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchmachen, um dann irgendwie eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu entwickeln. Und ich habe das jetzt nochmal so expliziert, weil ich glaube, das ist ein wertvoller Weg und den kann man nicht mal eben so lapidar da wegpusten, indem man sagt, ja, aber damit geht nicht Innovation einher. Ich glaube, dass die Pandemie sehr gut gezeigt hat, dass Europa doch ein lebenswerter Kontinent ist, dass wir ein sehr anspruchsvolles Gesundheitssystem haben, dass wir hier öffentliche Güter bereitstellen können, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern wirklich dankenswerterweise aufgenommen werden und auch Bürger und Bürgerinnen sich beteiligen wollen, das auch in Zukunft erhalten zu können. Und das war mir nochmal wichtig, hier herauszustellen, Europa möglicherweise als dritter Weg jenseits von klassischer Machtpolitik, die immer eskaliert und mit einer strategischen Rivalität möglicherweise auch eine neue Konflikthaftigkeit im internationalen System einherst. Vielen Dank. Ich glaube, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurück, gerade auf den Aspekt, dass es ja auch Vorbildwirkung hat, was wir in Europa hier gestalten. Wir haben jetzt gerade zwei Fragen von unseren Zuschauern, die ich, glaube ich, Ihnen ganz gut stellen kann, Herrn Professor Taube. Und zwar geht es da ein bisschen um chinesische Propaganda und die Frage, das bezieht sich auf Ihren Vortrag, da haben Sie gesagt, wenn wir China als vor seiner Zeit charakterisieren, gehen wir da nicht ein bisschen der chinesischen Propaganda auf den Leim und das schließt auch an an das, was Sie gesagt haben, dass China schon 2020 dieses Sozialkreditssystem eigentlich etabliert haben wollte, das aber nicht hat und wir aber immer das Gefühl haben, das existiert schon und die sind schon so weit und so stimmt das vielleicht gar nicht. Ja, okay. Also erstmal, ich kann dem alles nur zustimmen. Ich möchte auch ganz klar betonen, es gibt kein Land und keine Region, in der ich lieber lebe als Europa. Punkt. Schön. Das inkludiert USA und China, definitiv. Ich will hier leben, definitiv. Ich bin mir auch der Kosten, der enormen Kosten bewusst, der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir diese Inklusion, diese Vielfalt und diese Mitbestimmung haben. Nur, es muss uns einfach auch bewusst sein, was diese Kosten sind. Und diese Kosten sind eben, wenn wir im direkten Wettbewerb stehen mit diesen zwei großen Playern, die im Endeffekt doch sehr fokussiert und auch letztlich mit einer gewissen Egozentrik da rangehen, dass wir dann im Zweifel einen sehr schwierigen Weg gehen. Ich denke, das muss uns bewusst sein und ich hoffe auch, dass nicht meine Worte eben zum Green New Deal falsch aufgenommen wurden. Ich finde das toll. Ich finde das großartig. Ich wollte damit einfach nur sagen, wir werfen da sehr, sehr, sehr viel Geld rein. Geld oder Ressourcen, die von anderen Volkswirtschaften anders allokiert werden. Und wenn wir hier einfach über technologische Innovationen sprechen, dann sprechen wir im Endeffekt über langfristige Prozesse. Diejenigen, die im Endeffekt die Patentfamilie über die Quantencomputer besitzen werden, werden auf Jahrzehnte hinaus dominieren. Und das muss uns bewusst sein. Und ich glaube, da brauchen wir vielleicht einfach ein bisschen mehr strategische Investment, wo wir reingehen wollen, wo wir nicht reingehen wollen. Okay, aber sorry, Ihre Frage. Die Propaganda. Mein Gott, das muss uns klar sein. Ich meine, die chinesische Propaganda ist großartig, in einer gewissen Art und Weise. Das ist hochprofessionell. Es ist hochprofessionell. Es gibt faktisch keine Meinungsvielfalt. Es gibt keine freien Medien, keine freie Presse. Und natürlich müssen wir das wissen. Auch wenn wir uns diese Plandokumente anschauen. Wir schauen uns das sehr genau an. Und wir schauen auch an, wie die implementiert werden und was damit passiert. Und wir nehmen die mit Sicherheit nicht eins zu eins, sondern wir versuchen, dahinter zu blicken. Und so ein Fünfjahresplan ist ja nur das Flaggschiff-Dokument von Hunderten und Tausenden von Derivatplänen und Guidance-Katalogs und Detailbestimmungen, die da drumherum sind. Das gesamte chinesische Fünfjahres-Plan-System, das besteht aus Tausenden von Einzeldokumenten. Und dann muss man schauen, was damit passiert. Und der entscheidende Punkt ist für mich, dass wir hier einfach ein System haben, wo eine Elite im Endeffekt es geschafft hat, ein Narrativ in der Gesellschaft zu verankern. Und dieses Narrativ wird kaum noch in Frage gestellt. Wir haben in China, ich weiß nicht, was Ihre Perspektive ist, wir haben eine kollusive Gesellschaft. Die Elite, Partei, Regierung, Unternehmenselite ist gleichgeschaltet, in Anführungszeichen. Die verfolgen die gleichen Ziele. Die Partei braucht eigentlich gar keine großen Fünfjahrespläne. Da sind ja auch niemals Direktivvorgaben drin mehr. Weil einfach die Unternehmenslenkung, die Unternehmer, die verfolgen die gleichen langfristigen Ziele wie die Leute in Regierung und Partei. Und wenn ich mit meinen Studenten spreche, was glauben Sie, wie frustrierend das teilweise sein kann? Die haben natürlich auch keine anderen Medien. Die haben keine anderen Medien, aber da kriege ich doch sehr oft einfach im Endeffekt mehr oder minder den Parteisermon noch mal vorgesetzt. Mit einem wunderbaren Schuss an Technologiegläubigkeit. Und einfach vollkommen hedonistische Technologiekonsum, wie toll doch alles ist. Wenn ich in China laufe, bin ich der Einzige, der noch mit Cash bezahlt und deshalb auch die gesamten Bonus- und Preisnachlässe nicht mehr kriegt. Das heißt, ich glaube nicht, dass in Europa die Leute, die sich ernsthaft mit China auseinandersetzen, auf die chinesische Propaganda reinfallen. Ich glaube, da sind wir zum Glück gewieft genug. Ich würde da vielleicht was ergänzen und auch etwas differenzieren wollen. Wenn wir noch mal an diesen Chart zurückdenken, wo diese verschiedenen Zukunftstechnologien aufgelistet waren, wo die Amerikaner eindeutig dominierten und an zweiter Stelle in Orange waren die chinesischen Firmen. Also KUKA in der Robotik ist eine aufgekaufte deutsche Firma. DJI, der Drohnenhersteller, den habe ich mal besucht vor drei Jahren. Schinten, ein sehr, sehr beeindruckendes Unternehmen. Aber auch deswegen so erfolgreich, weil das total international ist, das Unternehmen. Also da habe ich einen jungen Stuttgarter getroffen, der PR-Chef war ein Amerikaner. Amerikaner, dann liefen da ganz viele Israelis rum und das war ein durch und durch globalisiertes Unternehmen und das ist eben nicht durch und durch chinesisch. Also mir kam das eher vor wie irgendein x-beliebiges Start-up in Berlin oder in Silicon Valley. Dann war in diesen ganzen AI und so, so Nanotechnologie, da war nichts Chinesisches zu finden. Im Bereich Blockchain haben wir Alibaba. Alibaba wird gerade niedergemacht von der Regierung. Die haben innerhalb von jetzt ein paar Wochen ein Drittel ihres Börsenwerts verloren und Jack Ma ist jetzt in Rente und malt als Hobby. Also da gibt es auch dann auch unter seinen Branchenkollegen bei Meituan und Tencent, wie sie alle heißen. Also die haben auch sehr viel Druck bekommen in den vergangenen Monaten durch die Regierung und da ist sehr viel Unzufriedenheit da über die Regierung in den Internetunternehmen und da stellt sich auch die Frage, ob da so eine Innovationsfähigkeit auf Dauer möglich ist. Und dann ist China ganz stark im Bereich Solarzellen und das ist jetzt halt einfach so eine Rocket Science. Also ich glaube, da wo es wirklich spannend wird, AI, Nanotechnologie, da hat China noch sehr, sehr viel aufzuholen und da ist ja auch gerade die Grundlagenforschung eben auch noch nicht so weit wie in Amerika oder sogar Deutschland. Das Fraunhofer-Institut ist ja, glaube ich, bei AI ganz weit vorne. Und Halbleiter, da sagte jemand neulich in der außerchinesischen Regierung, wir brauchen noch 20, 30 Jahre, bis wir so weit sind. Und dieses mit der Gießkanne halt eben Subventionen verteilen funktioniert halt nur bedingt. Also wir hatten jetzt gerade einen Riesenskandal in Wuhan, wo 20 Milliarden Dollar versenkt wurden. Da sollte irgendwie so ein super Chip-Hersteller entstehen und das Geld wurde aber irgendwie versenkt und die Manager sind dann irgendwie abgehauen oder so. Also das ist so eine ganz schräge Sache und von diesen schrägen Sachen passieren in China einfach recht viel. Das heißt, und was so, ich glaube auch nicht, also ich glaube auch, dass die, also es ist zum ersten Mal, dass Innovation jetzt eben im Fünfjahresplan steht. und ich glaube aber wirklich, dass es auch noch ein sehr langer Weg dahin ist. Wenn ich mir gerade die Dynamik anschaue bei den jungen Studenten, da gibt es ganz viele, so gerade so die Tech-Nerds und so, die, natürlich hat man in Shenzhen hat man da eine unglaubliche Spielwiese, also so gerade so Tüftler, die können jede Hardware innerhalb von 24 Stunden finden und zusammenbauen und es gibt Millionen junge Männer, vor allem die da ins Perlflussdelta und da das große Ding machen wollen. Keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, dass die Dynamik, die wir auch lange an China bewundert haben und die auch ganz toll war eben in den vergangenen Jahrzehnten, die dieses Land halt unglaublich spannend gemacht haben, dass die gerade so ein bisschen dabei ist zu erlarmen. Und wenn ich mir anschaue, jetzt kam neulich eine ganz interessante Umfrage raus, dass zum ersten Mal ein großer Teil der jungen Chinesen, die wollen in den öffentlichen Dienst oder wollen Beamte werden, weil die sagen, das ist mir irgendwie zu stressig in der Privatwirtschaft und das ist 9, 9, 6, also man arbeitet von 9 bis 9 an 6 Tagen in der Woche, das ist halt so der Standard in den ganzen Tech-Firmen und manche sagen sogar 0, 0, 7, also von 0 bis 24 Stunden und das 7 Tage durch. Also das Durchschnittsalter in den chinesischen Tech-Unternehmen liegt so bei 27, 28 und jemanden über 30 sieht man da schon gar nicht mehr, weil die alle einen Burnout haben und dann eben ersetzt werden durch Jüngere. Also das ist dann auch die Frage, so Know-how und so, wie ist das nachhaltig, so was, so eine Kultur. Und dann noch ein anderes Passwort, was so im chinesischen Internet, was ich glaube, was so ein bisschen belegt, dass dann eben doch nicht die ganze Gesellschaft geschlossen hinter diesem Traum, der von Xi Jinping steht, da jetzt irgendwie ganz nach oben durch zu marschieren. Das ist jetzt auch ganz neu in den letzten Wochen. Das heißt Tangping. Tangping heißt fliegen. Und es gibt ganz viele junge Chinesen, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Karriere, das bringt doch alles nichts, ich kann mir eh keine Immobilie kaufen, ich will auch gar keine Gehaltserhöhung, ich will eigentlich nur noch liegen. Und das ist halt, dieses Wort wurde in China jetzt verboten, weil das natürlich extrem gefährlich ist für das System, wenn viele junge Leute gar nicht mehr so ambitioniert sind. Also den Teil in der Bevölkerung gibt es eben auch. Und da sehe ich schon, dass es kein Selbstläufer wird für die Regierung auf jeden Fall. Darf ich zwei, drei Worte zu sagen? Sehr gerne. Frau Dr. Mendig, Sie dürfen jederzeit auch sich einschalten. Aber bitte. Es ist super, dass Sie das aufbringen. Aber Sie wissen auch, dieses 996, dieses gesamte Modell, das ist im Endeffekt von Korea übernommen worden. Das ist das koreanische Modell. Die koreanischen Hightechs, eine Samsung, die funktionieren genau so. Die jungen Leute arbeiten da maximal 15 Jahre, dann werden die vom Unternehmen ausgespuckt mehr oder minder, weil die echt nicht mehr können und gehen dann in Tochterunternehmen oder irgendwo im Sektor runter und können dort eben den Rest ihres Lebens im alten Brot mit ab 35 dann verbringen. Vollkommen irre. Haben Sie vollkommen recht. Auch diese Geschichte mit den ausländischen Impulsen. Klar, tatsächlich ist immer auch das chinesische Bildungssystem. Es gibt 5, 6, 7 wirklich gute Universitäten, die eine super Ausbildung machen, aber das ist nicht die Masse. Das reicht nicht. Die brauchen tatsächlich den großen ausländischen Impuls. Nikuka und wie sie alle heißen. Die großen chinesischen Direktinvestitionen im Ausland, um dort eben nicht die Unternehmen zu kaufen. Die sind gar nicht so entscheidend. Die entscheidend sind die Ingenieursteams, die man nutzen kann, um dann eben für chinesische Unternehmen hier aktiv zu werden. Und das ist mit Sicherheit das große Manko. Auf der anderen Seite, aber die Top-Positionen in China sind super inzentiviert. Da werden Gehälter gezahlt, da sind Konditionen dran geknüpft. Die können wir uns hier als deutsche Universität nicht leisten. Und das zieht im Endeffekt eben auch Leute an. Und das sind aber auch Leute, die kommen aus Europa, die kommen aus USA und die kriegen dort ein dermaßenes Paket. Ich habe das selber gesehen in Wuhan an der Huajong. Da ist so ein, der macht Grundlagenforschung im Bereich Physik mit riesigen Magneten und Gott weiß was. Ich kann es leider nicht sagen, was es genau ist. Der hat seine Green Card behalten, der hat seine Villa hingesetzt gekriegt, der kriegt ein wahnsinniges Gehalt, der hat für ein paar Millionen Forschungseinrichtungen hingestellt. Die können wir uns kaum leisten. Und das sind solche Geschichten. Und nehmen Sie ein Forschungszentrum wie Hefei. Hefei, das ist Aachen und TUM zusammen. Die klotzen schon. Und im Endeffekt ist es ja nicht so, dass China, weil sie größer sind, müssen die zehnmal mehr Innovationen machen. Es kommt darauf an, dass einer die blendende Idee hat. Einer muss den Durchbruch schaffen. Ich denke, im Endeffekt sind die bei allen Friktionsverlusten, die da auftreten, immer noch gut positioniert. Die Storzen stehen halt einfach ungleich höher, weil China einfach 15 Mal so viele Einwohner hat für Deutschland. Frau Dr. Mendig, wir haben jetzt diese beiden Positionen, diese Innovationsfreude und auf der anderen Seite aber auch diesen Burnout und liegen wollen, weil die Gesellschaft... Das schließt sich alles gar nicht aus, es findet alles gleichzeitig statt. Genau, diese beiden Aspekte, gerade thematisiert. Das spricht ja vielleicht für das, was Sie vorher gesagt haben, dass Europa auch eine Vorbildwirkung haben kann und dass es gar nicht das große Problem ist, dass wir langsamer sind, sondern dass es dann im Endeffekt vielleicht effektiver ist. Aber brauchen wir nicht trotzdem auch eine Strategie für eine echte digitale Souveränität? Ist das nicht etwas, was Europa noch fehlt und was uns USA und China voraushaben? Ich glaube, dass wir jetzt aufgewacht sind, spätestens seit der Juncker-Kommission 2005, dass wir diesen digitalen Binnenmarkt hier in Europa gestalten müssen. Das tun wir. Investitionen gehen auch nicht nach dem Gießkannenprinzip jetzt über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen und über den Wiederaufbaufonds auf die 27 Mitgliedstaaten über, sondern das sind natürlich gezielte Investitionen. Man setzt auf öffentlich-private Partnerschaften bei Clusterbildung, Exzellenzcenter. Man hat sechs Schlüsseltechnologien definiert hier in Europa, wo man denkt, dass man wirklich konkurrenzfähig sein kann. Konkurrenz ist da sozusagen das Stichwort und der europäische Weg sozusagen auf China, auf USA zuzugehen, also in erster Linie erst mal auf China, ist wirklich China zu begreifen in drei Dimensionen. Einmal als systemischen Rivalen. Das ist so. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen des Gesellschaftsmodells. Das fängt an bei der Gesichtserkennung, bei Social Scoring-Systemen, bei individuellen Freiheitsrechten. Wir begreifen China aber eben auch als Konkurrenten in der ökonomischen, in der Technologiewelt und wir begreifen ihn auch als Partner. Partner, weil wir schon sehen, das ist durch meine wenigen Gespräche, die ich in Shanghai hatte, auch klar geworden, die chinesischen Partner, mit denen ich gesprochen habe, von der Akademie der Sozialwissenschaften, sind großartige Zuhörer. Sie hören ganz genau hin, was man in Europa will. Sie wollen verstehen, sie wollen die Erkenntnis sozusagen akkumulieren. Und das ist etwas, was auch Spaß macht, weil sie eben so innovationsfreudig sind und im Bereich von Klimaschutz, im Bereich von Gesundheitsentwicklung wirklich mit einem sehr großen Interesse nach Europa schauen, weil sie eben auch diese Ruhequalität haben wollen, weil sie sagen, das ist eine tolle Lebensqualität, die wir hier im chinesischen Reich auch etablieren möchten und breit ausgewollt. Das führt mich aber dazu, dass ich jetzt sage, okay, wir müssen hier in Europa und ich glaube, da gibt es eine schiere Naivität in den letzten Jahrzehnten, mehr China-Kompetenz aufbauen, wirklich an den klassischen Lehrstühlen, an den klassischen Universitäten, um dieses Reich ja besser zu verstehen und nicht nur über Kommunikatoren, die eben berichten in einzelnen Zeitungserzeugen. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie so abtun, aber ich glaube, wir brauchen eine systematische wissenschaftliche China-Kompetenz, die wir hier in Europa aufbauen. Und das ist etwas, was die Chinesen, glaube ich, uns wirklich voraushaben, weil sie hier sehr viel Kompetenz aus Europa generiert haben für sich, aber wir eben nicht umgekehrt. Und das führt mich zu dem Gedanken in der Reziprozität. Also ich denke, man muss wirklich mit China in ein Verhältnis gehen, wo wir das Prinzip der Reziprozität ernst nehmen. Das heißt, wir lassen nur so viele Wissenschaftler hier in Europa zu, aus China, wie die Chinesen auch aus Europa zulassen. Wenn die Chinesen sagen, wir möchten gerne, dass unsere Studierenden hier an die deutschen Universitäten kommen, um Deutsch zu lernen, aber müssen danach wieder nach China gehen, zurückgehen, werden dazu verpflichtet, dann müssen wir Gleiches tun. Und ich glaube, diese Art von Naivität, die gilt es abzulegen, weil wir es wirklich mit einem sehr klugen Partner, Konkurrenten und systemischen Rivalen zu tun haben. Vielen Dank. Das war heute Nachmittag auch schon mal Thema, diese Lücke, die sich da auftut zwischen dem Wissen, was China über uns hat und dem wenigen Wissen, das die Europäer über China haben. Und es passt vielleicht auch ganz gut, Frau Yang, eine Frage vom Publikum an Sie. Da heißt es, meiner Erfahrung nach wird Europa, vor allem Deutschland, in China von den Menschen sehr positiv gesehen. Der Autor schreibt aber, er hat 2015 erstmals kritische Stimmen gehört und er fragt, ob technischer Vorsprung Chinas das verstärken kann, diese kritischen Stimmen. Aber es steht nicht Kritik zu was, oder? Nee, ich glaube, es ging eher, er schreibt am Anfang sehr positiv gesehen, also es geht eher um so eine Grundeinstellung über Europa. sind auch deswegen China unter den anderen Europäern und ein bisschen unbeliebt, weil die Deutschen immer in allem so eine extra Wurst kriegen, ein bisschen Vorzugsbehandlung auch von der Politik und so. Nee, die Deutschen werden insgesamt sehr, sehr positiv gesehen in China nach wie vor, klar, Fußball und VW und Goethe und was nicht alles und Neuschwanstein und so. Also es gibt wenig, nee, also es gibt wenig was, was den Chinesen einfällt, was Negatives ist, also außer als Drittes Reich oder so. Ob sich das jetzt verändert? Also ich glaube nicht, dass Deutschland negativer gesehen wird, aber also natürlich ist bei ganz vielen Chinesen großer Stolz da, wenn sie nach Europa kommen und merken so, huch, der ICE fährt ja auch nicht pünktlich, aber unsere Züge schon und wir haben hier irgendwie die schickeren Flughäfen und so. Jetzt in der Pandemie habe ich sehr viel, aber auch nicht direkt jetzt so Kritik, sondern sehr viel Unverständnis gehört über Europa, warum wir das hier nicht auf die Reihe kriegen. Und das ist so, also ich glaube, ein bisschen Respekt ist da verloren gegangen, das auf jeden Fall. Und natürlich war jetzt, dass daran waren vor allem jetzt, also da war jetzt nicht Deutschland dran schuld, aber schon auf jeden Fall Trump und Berlusconi und wie sie noch alle heißen, hier in Europa, die ganzen rechtspopulistischen Regierungen der vergangenen Jahre, die haben natürlich jedem aus dem Westen schwerer gemacht, jetzt da noch mit Menschenrechten zu kommen, weil dann sofort dann als, dann eben das Retour-Argument kommt, aber das ist doch nur ein Feigenblatt für euch und eigentlich wollte ich hier nur eure Autos verkaufen. Also das ist schon auf jeden Fall, das sind so die Trends der letzten Jahre, wo sich das Image doch ein bisschen so verdüstert hat. Vielen Dank. Verlust an Respekt. Wir konnten es gar nicht glauben, wie wir das hier versemmelt haben. Also unfassbar, gerade mit der App und was Sie vorhin ja schön sagten mit dem Datenschutz. Aber ich nehme momentan wahr, jetzt auch gerade in diesen Tit-for-Tat-Sanktionen, die wir ja haben, dass Europa in China zunehmend kaum mehr als eigenständiger Akteur wahrgenommen wird, sondern eben tatsächlich als Pudel der USA. Dass man also eigentlich wirklich, und jetzt endgültig, das hat man eigentlich schon die ganzen Jahrzehnte gemacht, der definierte Gegenspieler Kontrahent war die USA. Europa war immer ein bisschen darunter, aber inzwischen ist es definitiv so, Europa eher der Pudel der USA und wird immer weniger wahrgenommen oder ernst genommen. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, weil das natürlich, wenn das sich tatsächlich Bahn bricht, wenn das wirklich so durchsetzt, dann verliert Europa natürlich an Sprechfähigkeit, an Verhandlungsmöglichkeit und das müssen wir definitiv vermeiden. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine klare Positionierung Europas in Relation zu den USA, um unsere Verhandlungsfähigkeit zu China klar zu wieder zu reaktivieren. Vielleicht darf ich da gleich anknüpfen und dann auch zu meinem zweiten großen Themenkomplex kommen, nämlich dem wachsenden globalen Einfluss von China und Sie haben in Ihrem Vortrag ja auch dieses große Projekt der sogenannten neuen Seidenstraße angesprochen und Sie lehren in Duisburg und das ist der Endpunkt der Seidenstraße oder des geplanten Projekts. Jetzt versuchen ja die Europäer dem was entgegenzusetzen durch eigene Investitionsprojekte, aber die Chinesen haben glaube ich 2013 angefangen mit diesem Seidenstraßenprojekt. Haben wir da überhaupt noch eine Chance oder sind wir schon viel zu spät dran? Ja, natürlich. Ich meine, wir müssen ein bisschen aufpassen. Was ist die Seidenstraße? Punkt eins. Und das ist eine Studie, die haben wir vor zwei Jahren gemacht für die Bertelsmann Stiftung. Wir haben einfach mal geschaut, was geben die Chinesen da rein an Grants, an Entwicklungshilfe, subsidized, subventionierten Krediten und so weiter und was fließt von Europa und Amerika in diese Region rein nach Zentralasien und so weiter und es ist mindestens so viel, was aus Europa, Amerika in diese Region reinfließt wie aus China. Nur wir reden nicht darüber, die Chinesen reden darüber, machen ein unglaubliches Marketingding daraus und wir haben eigentlich genauso viel an Ressourcen reingegeben, aber es verpufft. Ich könnte Ihnen nachher ein paar wunderschöne Beispiele noch erzählen, aber es ist einfach so und die Chinesen setzen das natürlich jetzt aber auch sehr, sehr konsequent um und wichtig ist ganz einfach, dass wir uns klar machen, die neue Seidenstraßen-Initiative hat nichts im Endeffekt damit zu tun, dass jetzt Duisburg, wir sagen immer, in Duisburg ist es die Endstation, so ein Quark. Es geht nicht darum, hier 5, 6, 7, 8 neue Transportwege zu machen, wo dann Güter von Europa nach China und zurück und hin und her transportiert werden. Die eigentliche Bedeutung von der neuen Seidenstraße ist die, dass diese In-between-Countries, Kasachstan, Turkmenistan, Pakistan, diese ganzen vielen Staaten, die da mit involviert werden, dass die eingebunden werden in ein wirtschaftliches Geflecht, in ein industrielles Geflecht, dass die eingebunden werden, dass da keine Container durchfahren, sondern dass dort selber auch Wertschöpfung stattfindet. Das heißt, es ist ein riesiges Entwicklungsprojekt für wirtschaftliche Entwicklung. Und der Punkt ist aber der, dass die Chinesen momentan den Kern dieser wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Ländern steuern. Denn in vielen der Eisenbahnstationen, in vielen der Häfen werden momentan neue Industriezonen geschaffen. Nach dem Beispiel von Shenzhen und vielen anderen chinesischen Sonderwirtschaftszonen, Industriezonen. Und über 100 haben wir bereits unter chinesischer Führung. Das heißt, chinesisches Geld fließt da rein, chinesischer Ankerinvestor geht da rein, diese werden chinesisch gemanagt und dann oftmals mit der chinesischen Industrie kommen also die chinesischen Ankerinvestoren rein, holen dann lokale Supplier rein und bauen dann im Endeffekt so chinesisch gefärbte Mikrokosmen auf. Die lokalen Volkswirtschaften übernehmen chinesische Standards, übernehmen chinesische Normen. Na klar, das ist doch das Bequemste. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, im Westen komplett durchgerutscht ist, das zu beobachten, auf welche Art und Weise China hier Einfluss nimmt auf die Entwicklung in diesen Staaten. Und Frau Young, darf ich da gleich anschließen? Also diese Diskussion hat uns ja in Europa auch massiv aufgeschreckt, als das so rauskam, so ein bisschen, wie Sie das gerade beschrieben haben, dass da mit massiver Einfluss auch verbunden ist und zwar nicht nur wirtschaftlicher Einfluss, sondern ja auch politischer Einfluss. Und zu unserer Schreckensgespenst, vielleicht analog zu dem gläsernen Bürger, ist ja jetzt so die Idee, dass China auch zu einer wirklich, vielleicht sogar bewusst zu einer Entdemokratisierung in diesen Staaten beitragen möchte. Wie beurteilen Sie das? Welche Motive unterstellen Sie der chinesischen Staatsführung? Spielt das eine Rolle? Also erstmal, glaube ich, muss man bei der Seitenstraße eine Initiative, es ist ja kein Projekt, sondern eine Initiative oder es ist eine große Marketingidee. Ich glaube, da geht es auch ganz konkret darum, muss man sich angucken, in welchen Ländern macht China was, weil auch diese Duisburg-Nomar, also diese Zug, diese Jivu-Duisburg-Geschichte, die wurde schon vor 2013 von einem Privatunternehmer initiiert. Und da hat sich dann Xi Jinping mit seiner Seidenstraßen-Idee sozusagen draufgesetzt und das so kooptiert. Und das ist bei ganz vielen, also zum Beispiel dieser Sri Lanka-Hafen, der war auch schon 2007, wurde 2007 gestartet. Also sagen wir mal, viele von diesen einzelnen Initiativen gab es schon und die liefen davor unter dem Slogan Sochuchü, wir gehen ins Ausland. Und die Seidenstraße beziehungsweise Belt and Road war jetzt dann nochmal so ein griffigerer, Claim, unter dem man das alles zusammenfassen musste. Aber ich glaube, man flechtet den, der Kapitze viele Lorbeeren an, wenn man jetzt denkt, das ist jetzt der große, weltumspannende Masterplan zur Welteroberung und so. Diese chinesischen Industriezellen, können wir uns nachher nochmal darüber erhalten, wo es die gibt. Das interessiert mich auch sehr. Ja, ich bin für die Zeit ein bisschen entlang dieser Zugstrecke, Ivo, Duisburg, langgefahren, war unter anderem in Tschechien und Kasachstan und da fand ich es sehr, sehr interessant, dass also die kasachische Regierung, gerade die Elite, ist ja Peking-freundlich, weil sie sagen, von den Europäern hat hier schon seit Jahren keiner mehr vorbeigeschaut. Aber wenn man sich dann Direktinvestitionen tatsächlich anschaut, ist es so, dass die EU-Länder nach wie vor 50% investieren und China investiert im direkten Vergleich nur 6% in Tschechien und die Seman-Regierung in den letzten Jahren ist da ja richtig da zu Kreuze gekrochen in Peking und der Ministerpräsident hat da auch höchstpersönlich für Xi Jinping Klavier gespielt und so weiter in der Hoffnung, dass Prag, also Tschechien zum ersten Anlaufpunkt Pekings in der EU wird. In Tschechien investiert bis heute Taiwan mehr und auch sogar die Niederlande investieren mehr als China und von diesen 32 Seidenstraßenprojekten, von denen viele sehr, sehr wischiwaschi sind, so Fußballaustausch und sowas, von diesen 32 Seidenstraßenprojekten, die unterzeichnet worden sind, damals im OU vor ein paar Jahren wurde kaum eines realisiert und ein großes chinesisches, so ein Staatskonzern, der da in Tschechien da diese ganzen Projekte vorantreiben sollte, der ist dann bankrott gegangen, da gab es dann irgendwie einen Skandal, einen Korruptionsskandal und so weiter und die Tschechien sind heute mit die kritischsten in der EU, was China betrifft und da gab es jetzt einen kompletten Switch, also Tschechien sind ziemlich enttäuscht, weil das Geld nie eingetroffen ist, was sie sich von China versprochen haben und da sieht man jetzt auch, dass da, also da, wo China halt nicht delivert und das ist dann doch in vielen Ländern der Fall, es gibt auch viele Länder, in denen es ja Qualitätsprobleme gibt mit den Projekten, in denen es dann auch in der Bevölkerung Widerstand gibt gegen diese Projekte, also es ist jetzt nicht so, dass das alles so ein Selbstläufer ist, sondern tatsächlich ist es so, dass insbesondere in Osteuropa würde ich schon sagen, dass der Zenit des politischen Einflusses schon wieder überschritten ist. Ich glaube, in Afrika ist das anders, in vielen Ländern Afrikas, wo du eine Elite hast, die da sehr treu gegenüber Peking ist, die sich da auch persönlich bereichert und gerade in Ländern, die eben nicht demokratisch regiert sind, da glaube ich, da hat China sehr viele Hebel in der Hand, um da auch seinen politischen Einfluss geltend zu machen, wobei auch da ist es gar nicht so einfach, für China sein Modell zu exportieren, beziehungsweise ich würde generell dieses Narrativ mal in Frage stellen, ob das ist, was China will, nämlich sein Modell eins zu eins zu exportieren. Also das, was China auf jeden Fall will, ist, dass Partnerländer positiv über China sprechen, dass niemand irgendwie über Xinjiang und Hongkong und andere Menschenrechtsverletzungen spricht, dass China gelobt wird und dann möchte China vor allem da Geschäfte machen und wenn man sich jetzt im Konkreten anschaut, wie so eine Freundin von mir, die in Washington zum Thema Chinas Engagement in Afrika forscht, die gerade ein Buch am Beispiel Äthiopiens schreibt, die hat mir das ganz eindrücklich erzählt, dass es dann halt Workshops gibt, wo halt so junge, also Elite-Kader oder wie auch immer aus Peking einfliegen und dann jungen Nachwuchspolitikern in Afrika sozusagen Unterricht geben. Das hat aber mit so Exportieren oder ich gebe dir hier so ein Patentrezept und mache das mal nach, das hat damit gar nicht so viel zu tun, sondern das ist in erster Linie so, dass dann da so Videos gezeigt werden, wie Tolchner ist hoch, wir haben diese Hochhäuser und Hochgeschwindigkeitszüge und schaut, wie toll wir sind und so und dann wird halt noch so ein bisschen so Kalligrafie gezeigt und dann wird irgendwie noch ein bisschen rumgeprallt und aber es ist tatsächlich gar nicht, da gibt es jetzt eins zu eins gar nichts zu exportieren, weil China, Chinas Modell hat deswegen so lange so gut funktioniert, weil ich diesen Riesenmarkt hatte, diese aber hunderte Millionen günstige Arbeitskräfte und Chinas selbst, also das chinesische autokratische System kann man auch nicht einfach exportieren, weil das das florierte, weil Deng Xiaoping nach eben der Mao-Ära da so eine gewisse Flexibilität und eine Experimentierfreudigkeit eingeführt hat und China hat eben so diesen großen, riesigen administrativen Apparat, der jetzt wie am Beispiel der Seidenstraße oder wie beim Beispiel Made in China 2025, der so das noch unter Mao eingeübt, so diese Kampagnenpolitik, der große Vorsitzende gibt dann halt so einen Slogan vor und alle überlegen sich, wie können wir das mit Leben ausfüllen. Das ist so einstudiert in China seit Jahrzehnten, das kann man nicht einfach so in andere Länder transferieren und ja, China überwacht seine Überwachungstechnologie und macht es sozusagen da anderen Autokraten leichter an Kameras zu kommen, wie auch immer und kriegen da sicherlich auch gute Konditionen, aber ob das jetzt schon reicht zu sagen, so damit wird jetzt systematisch in anderen Ländern, ich glaube, andere Diktaturen haben es leichter durch China, aber jetzt so aktiver Export, das finde ich, trifft es nicht ganz. Frau Dr. Bendig, Frau Yang hat gerade gesagt, dass sie glaubt, dass der politische Einfluss Chinas in Europa zumindest schon den Zenit überschritten hat. Würden Sie das auch so sehen? Das muss man, glaube ich, mit Vorsicht behaupten. Was ich schon auch sehe, ist, dass, das wurde auch aus den Gesprächen, die wir hatten, in Shanghai deutlich, dass die Seidenstraßeninitiative in gewisser Weise auch nicht dazu beigetragen hat, dass es ein harmonischeres Verhältnis zwischen China und der Europäischen Union zukünftig geben kann. Also sie haben verstanden, dass man ein so großes Infrastrukturprojekt, was bis in die Europäische Union hineinreicht, nicht über die Bande spielen kann der Europäischen Kommission und einer engen Absprache mit Frankreich und Deutschland. Und das hat sie überrascht. Sie haben gedacht, dass man das irgendwie schon so subtil einführen kann und wirtschaftlicher Austausch ist immer gut. Handel ist hervorragend. Investitionen und Züge, die ankommen in Duisburgs, super, super Bilder, super PR-Kampagne. Und jetzt stellt man aber fest, wirklich Griechenland, Tschechische Republik, wie Frau Jans auch schon sagte und dargestellt hat, Italien gehen raus. Also sie sind alle geläutert in gewisser Weise, weil es doch viel heiße Luft war und sie versprechen sich wenig eigenen Vorteil davon, auch längerfristig. Also insofern glaube ich, schon wirklich so ein Shift jetzt wieder hin zu den Töpfen der Europäischen Union. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Das hat glaube ich aber auch damit zu tun, das wurde von Herrn Taube angesprochen, dass die USA hier in der Europäischen Union sehr groß, auch über die NATO hinein, eine sehr große Lobbyarbeit und auch große Kampagne starten wieder, dass die USA wieder zurück sind in Europa, für Europas Sicherheit sorgen und die Allianz dafür auch genutzt wird, quasi die europäischen Partner in dieser wachsenden strategischen Rivalität an die Seite der USA zu ziehen. Da würde ich auch sagen, da muss man ganz genau hingucken, weil man nicht davon ausgehen kann, dass unsere europäischen Interessen immer gleich gehen mit den US-amerikanischen Interessen und schon gar nicht natürlich mit den chinesischen Interessen. Also insofern glaube ich, der gesunde Zugriff ist hier, erstmal eine europäische Interessensbestimmung zu vollziehen, um dann mit einer eigenen Position zu verhandeln mit den Partnern. Ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal auf eine sehr interessante Studie meiner Kollegin Nadine Boderath hinweisen, die den außenpolitischen Diskurswandel auch auf der Ebene der Vereinten Nationen nachgezeichnet hat. Und ich musste auch diese Studie begutachten. Insofern, ich glaube, diese Idee des Dockings, im Englischen so übersetzt, ist eine ganz interessante Idee. Also es geht schon darum, dieser neue Anspruch, die Weltordnung mitzugestalten. Und zwar nicht einfach nur sich in das gegebene System einzufügen, so wie man das noch gemacht hat mit dem WTO-Beitritt, sondern man ist dabei, eigene, große, multilaterale Foren, Banken, Wiederaufbauprogramme aufzusetzen, die eben nach chinesischen Vorstellungen dann geframed werden. Und das ist schon etwas, was bedenklich ist, weil da bin ich jetzt im Prinzip bei den internationalen Beziehungen und das, was wir aus der Literatur lernen können. Und zwar einmal, wenn man den Aufstieg von neuen Mächten im internationalen System nachzeichnet, ist das immer in der Geschichte mit einer neuen Konflikthaftigkeit einhergegangen und auch mit kriegerischen Tendenzen. Also insofern, da ist Vorsicht zu wahren, Vorsicht zu walten, dass man nicht leichtsinnig in eine Konflikteskalation hineinschlittert, weil es hier sich wirklich um ein neues Imperium handelt und diese imperialen Kollisionen, die man kennt aus der Literatur, die darf man nicht unterschätzen. Deshalb ist auch hier, glaube ich, Vorsicht zu walten, wenn man als NATO anfängt im südchinesischen Meer Militärmanöver durchzuführen. Und genauso gilt es aber auch für China. Wenn China eine militärische Präsenz im Mittelmeerraum entwickelt, dann trifft das hier auch auf Befindlichkeiten und es wird als ein Akt, als ein feindseliger Akt auch wahrgenommen. Also insofern, ich denke, dass diese imperialen Visionen für die Friedhaftigkeit im internationalen System sicherlich nicht zuträglich sind. Und das muss man eben ernst nehmen und daran muss man arbeiten und dazu beitragen, dass eben da deeskaliert wird. Und das kann man nur, indem man wirklich, wie ich schon sagte, auf Reziprozität setzt und das ernst nimmt. Danke erstmal. Frau Dr. Bendig, vielleicht darf ich da noch eine Frage anschließen, die aus dem Publikum kommt. Sie haben jetzt zwar vom internationalen System gesprochen, aber vielleicht kann man das auch auf China selber ummünzen. Stichwort Menschenrechte. Wie realistisch ist es, wenn wir, also Deutschland oder die Europäische Union, versuchen, Moral in der Außenpolitik mitspielen zu lassen und versuchen, etwas an den Menschenrechten in China zum Beispiel zu ändern. Haben wir da überhaupt einen Hebel oder können wir uns das fast sparen oder wie beurteilen Sie das? Also wir stehen auf jeden Fall nach der Charta der Grundrechte für die Universalität der von Menschenrechten. Die gehen auf die Ideen der Aufklärung zurück. Also insofern ist das für uns eine Handlungsmaxime auch in unserem, nicht nur in unserer Innenpolitik, sondern auch in unserer Außenpolitik. Und da spreche ich natürlich von den europäischen Staaten, aber eben auch von der Europäischen Union. Und ich glaube, dass diese Handlung, dieses Sanktionsregime gegenüber China zu verkünden und dann natürlich mit Rückschlagseffekten, wo keiner damit gerechnet hat, dass hier wirklich Forschungsinstitute, also wie das Merix dann von Gegensanktionen betroffen wird, bis hin zu Parlamentariern des Europäischen Parlaments, also wo man wirklich sehr weit gegangen ist von der chinesischen Seite, wo ich denke, eine stark werteorientierte Außenpolitik gegenüber China wird zwangsläufig in eine neue Konflikthaftigkeit münden. Das ist auf jeden Fall etwas, was man in Kauf nehmen müsste. Und die Frage ist, letztendlich retten wir damit ein Uigurenmeer? Ich bezweifle das. Und ich halte es eigentlich auch da, wenn man auf die eigene Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union schaut, wir sind auch nicht gut darin, Menschenrechte in der europäischen Nachbarschaft zu wahren. Wir sind sehr schlecht in einer, in unseren internationalen Ansprüchen, also die Genfer Flüchtlingskonvention im südlichen Mittelmeerraum einzuhalten. Also eine wertegebundene Außenpolitik sind hehre Ziele und die gilt es auch nach wie vor als Leitmaxime, nun nicht nur als Monstranz vor sich her zu tragen, sondern die wirklich auch ernst zu nehmen. Aber mit kluger Politik geht nicht unbedingt immer eine automatisch eine in der Praxis wertegebundene Außen- und Sicherheitspolitik einher. Also das hat in der Vergangenheit immer viel Unheil gebracht. Insofern würde ich da auch wirklich für Vorsicht plädieren und mehr Fingerspitzengefühl und auf mehr Dialog setzen, weil wir 500 Millionen Bürger und Bürgerinnen in Europa wären sicherlich nicht 1,3 oder 1,4 Milliarden Menschen prägen können mit unseren Wertvorstellungen. Das wäre anmaßend. Insofern muss man auf Dialog setzen. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Zeit. Ich würde aber trotzdem gerne noch eine kurze Abschlussrunde mit Ihnen machen und auch um eine kurze Antwort bitten. Und zwar hat sich ja die Kommunistische Partei zum Ziel gesetzt bis 2049 zum 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China zur weltweit führenden Industrienation zu werden. Wenn Sie sich vorstellen, wir treffen uns wieder in dieser Konstellation 2049 hat sich dieses Ziel der chinesischen Führung erfüllt. Was glauben Sie, wenn Sie in die Glaskugel gucken? Bitte jeder einmal eine kurze Antwort zum Abschluss. Professor Taube, wollen Sie anfangen? Oh Gott. War das gemein? Nach allem, was ich bislang gesagt habe, würde man jetzt von mir erwarten, dass ich sage, ja, Sie werden es schaffen. Ich bin da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, Sie haben gute Chancen, das Ziel zu realisieren, aber ich glaube, im Endeffekt hat einfach die USA die größere Trägheit und diese Bewegungsdynamik, Bewegungsträgheit, da ist noch viel, viel, viel zu holen. Es ist allerdings eine Frage dessen, wie stabil unsere Gesellschaften, unsere Demokratien sind. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir ansprechen müssen. Wie stabil sind unsere Demokratien im Kontext von XY-First-Gedanken, Gerrymandering, offenem Rassismus, Einschränkung von Wahlrechten, Querdenkern und so weiter und wachsendem Populismus. Das kann unsere Systeme kaputt machen und das würde einen Einfluss haben, ob wir es 49 schaffen oder nicht. Ein sehr differenzierter Blick in unsere Glaskugel. ein sehr differenzierter Blick in die Glaskugel. Vielen Dank. Ich möchte auch mich nicht mit einer festen Prognose aus dem Fenster lehnen, weil Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, sagt man glaube ich. Also ich glaube, so wenig wie es einen Automatismus gab, das nach dem Ende des Kalten Krieges das Ende der Geschichte eingetreten ist, genauso wenig gibt es jetzt einen Automatismus, das jetzt unseres autoritäre Jahrhundert bevorsteht und Demokratien gar nichts mehr zu melden haben. Also ich glaube, das kommt, wie das dann weitergeht, ob China die USA überholen werden, das kommt ganz wesentlich auf die innere Stärke der USA und der westlichen Demokratien an. Ich bin da eigentlich doch ganz optimistisch, also nicht, dass die USA jetzt dann die Nummer eins bleiben werden, das ist, ich bin optimistisch, dass am Ende des Tages, glaube ich, doch offene Gesellschaften besser aufgestellt sind, weil auch China es bis heute eigentlich nicht geschafft hat, so die Quadratur des Kreises da irgendwie zu erfinden, beziehungsweise so ratneu zu erfinden, also China ist in den letzten Jahrzehnten gewachsen, nach dem Tod von Mao, vor allem, weil man da eine Offenheit, eine Experimentierfreudigkeit, weil man Privatwirtschaft zugelassen hat in der Bevölkerung und die ist nicht wegen der KP gewachsen, sondern trotz der KP. Und das wird man halt sehen, ob Xi Jinping mit seinem neuen Zentralismus und mit seiner Repression und den Parteizellen in jedem Privatunternehmen, ob dieser Trend so weitergeführt werden kann. und vielleicht ist China 2049 die Nummer ein, aber vielleicht unter einem ganz anderen Regime, unter einer ganz anderen Regierung, wir wissen es nicht. Also ich kriege auch hier keine definitive Aussage. Frau Dr. Bender-Grees, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie klare Vorstellungen? Also ich blicke eigentlich sehr zuversichtlich in die Zukunft, dass wir sowohl in den drei Regionen, also USA, China, als auch Europa eine industrielle Entwicklung forcieren werden, die aber sehr unterschiedliche Bereiche, glaube ich, für sich entdecken wird. Und ich denke, dass ein Thema, was jetzt hier überhaupt noch gar nicht so explizit thematisiert wurde, ist eben der Klimawandel. Und ich glaube, dass die Veränderung des Klimas und mit allen Folgen, die damit einhergehen werden, unsere Gesellschaften so enorm unter Druck setzen werden und dementsprechend auch die technologische Entwicklung befördern werden, in allen Regionen, auf jeden Fall in diesen drei Regionen, dass sich auf jeden Fall eine hohe und schnelle technologische Entwicklung sich abzeichnet. Aber ich glaube, das Leitmotiv ist eben hier, wie kann man einen Wandel hinbekommen, der nachhaltig ist. Also nachhaltig im Sinne von für die Natur, aber auch nachhaltig im Bezug auf den Generationswechsel, nachhaltig in Bezug auf den demografischen Wandel. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten, die die Industrienationen in diesen drei Weltregionen hinbekommen müssen. Und vielleicht gibt es da auch dann die Chancen der Kooperation. Vielen Dank. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, die Chancen der Kooperation. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Professor Taube, Frau Young, Frau Dr. Bendig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie bei uns waren und für das interessante Gespräch. Ich darf mich auch ganz herzlich beim den ganzen Tag geführt haben und ich möchte mich auch ganz herzlich bei meinen beiden Kollegen bedanken, Herrn Nominacher und Herrn Müller, der leider krank zu Hause ist. Ich darf Sie, liebes Publikum im Saal und auch liebe Zuschauer zu Hause noch mal ermuntern, auf die Homepages von unseren beiden Institutionen vom Amerika aus München und von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zu schauen. Diese Themen, die wir heute Abend angesprochen haben, das ist natürlich ein riesen weites Feld und wir haben beide Institutionen sehr viele Angebote zu diesen Themen, sowohl was zum Beispiel Künstliche Intelligenz angeht, als auch China, USA, Europa und Sie sind herzlich eingeladen sich umzuschauen. Ich darf Sie vielleicht noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die nächste Woche stattfindet und zwar ein Webtalk zum Thema die Macht der Künstlichen Intelligenz neue Regeln für das digitale Europa. Da diskutieren wir unter anderem mit Professor Dr. Nida Rümelin und Renate Nicolai von der EU Kommission und Sie finden auch viele spannende Informationen bei uns auf den Homepages und dann bedanke ich mich auch ganz herzlich für Ihr Interesse für Ihr Kommen so schön mal wieder Zuschauer zu sehen live vor Ort und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend auf Wiederschauen